Das Buch des Propheten Jesaja Kapitel 1 Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amots, über Judah und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jothams, Ahas und Hiskias, der Könige von Judah. Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk! Same der Übeltäter, verderbte Kinder! Sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen, und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr der Heerscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich wie Gomorra geworden. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom, nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge euer Schlachtopfer? spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig, und am Blut der Jungstiere Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten haßt meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch, und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, Bestraft den Gewalttätigen, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht. Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen, sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht Recht, und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen, der mächtige Israels, wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren, und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander, und die den Herrn verlassen, kommen um. Denn sie werden zu Schanden wegen der Terebinden, an denen ihr Lust hattet, und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist, und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Und der Starke wird zum Werk und sein Tun zum Funken, und beide werden miteinander brennen, so daß niemand löschen kann. Kapitel 2 Das Wort, daß Jesaja, der Sohn des Amots, über Judah und Jerusalem schaute. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, laßt uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so daß sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Komm, O Haus Jakobs, und laßt uns wandeln im Licht des Herrn. Denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs, denn voll morgenländischer Zauberei sind sie und Zeichendeuter wie die Philister, und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet. Ihr Land ist voll Silber und Gold, und ihrer Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll von Rossen, und ihrer Wagen ist kein Ende. Auch ist ihr Land voll Götzen, das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann, deshalb vergib es ihnen nicht. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus, Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt, und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Barschans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden, und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. So laßt nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat, denn wofür ist er zu achten? Kapitel 3 Denn siehe, der Herrscher, der Herr der Heerscharen nimmt von Jerusalem und Judah Stab und Stütze weg, jede Stütze an Brot und jede Stütze an Wasser, den Helden und den Kriegsmann, den Richter und den Propheten, den Wahrsager und den Ältesten, den Obersten über fünfzig und den Hochangesehenen, den Ratgeber samt dem Meister in Künsten und den Zauberkundigen. Und ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und die Leute werden sich gegenseitig bedrängen, einer den anderen, jeder seinen Nächsten. Der Junge wird frech auftreten gegen den Alten und der Verachtete gegen den Vornehmen. Wenn einer dann seinen Bruder im Haus seines Vaters festhalten wird und sagt, du hast einen Mantel, sei unser Oberhaupt und dieser Trümmerhaufen sei unter deiner Hand, so wird er an jenem Tag schwören und sagen, ich kann nicht Wundarzt sein und in meinem Haus ist weder Brot noch Mantel, macht mich nicht zum Oberhaupt des Volkes. Denn Jerusalem ist gestürzt und Judah gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät zu trotzen. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Sagt den Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Wehe dem Gottlosen, ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Der Herr tritt auf, um zu richten und er steht da, um die Völker zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit dessen Führern. Ihr habt den Weinberg kahl gefressen, was ihr dem Elenden geraubt habt, ist in euren Häusern. Warum zertretet ihr mein Volk und unterdrückt die Person der Elenden, spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zions stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Scham entblößen. An jenem Tag wird der Herr die Zierde der Fußspangen, der Stirnbänder und Halbmonde wegnehmen, die Ohrgehänge, die Armspangen, die Schleier, die Kopfbünde, die Schrittfesseln und die Gürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und die Nasenringe, die Festkleider und die Mäntel, die Überwürfe und die Täschchen, die Handspiegel und die Hemden, die Hüte und die Schleier. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs gibt es Moder, statt des Gürtels einen Strick, statt der gekräuselten Haare eine Glatze, statt des Prunkgewandes einen Kittel aus Sacktuch und ein Brandmal statt der Schönheit. Deine Männer werden durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Ja, Zions Tore werden klagen und trauern und sie wird ausgeplündert auf der Erde sitzen. Kapitel 4 An jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen, lass uns nur deinen Namen tragen, nimm unsere Schmach hinweg. An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die entkommenen Israels sein. Und es wird geschehen, jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden, jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweg getan hat durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung, dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seinen Versammlungen bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein und eine Laubhütte wird zum Schatten vor der Hitze bei Tag sein und zur Zuflucht und zum Schirm vor Ungewitter und Regen. Kapitel 5 Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus und er hoffte, daß er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Judah, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, daß ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, daß er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, daß sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Heerscharen und die Männer von Judah sind seine Lieblingspflanzung und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da blutiger Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren spricht der Herr der Heerscharen, Fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, große und schöne unbewohnt. Denn zehn Jochweinberge werden nur ein Bad geben und ein Humersamen nur ein Eva erzielen. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zitter und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis, seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen über die Maßen weit aufgerissen und ihre Pracht fährt hinunter und ihre Menge samt all ihrem Getümmel und wer in ihr frohlockt. So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt und die Augen der Hochmütigen sollen erniedrigt werden. Aber der Herr der Heerscharen wird erhaben sein im Gericht und Gott der Heilige wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und Lämmer werden Weiden auf ihrem Weideplatz und Fremde sich nähren in den verwüsteten Fluren der Fetten. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügen stricken hinter sich her schleppen und die Sünde wie an Wagen seilen. Die sagen, er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Der Ratschluss des Heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres Süß und Süßes Bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammen sinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie haben das Gesetz des Herrn der Hirscharen verworfen und das Wort des heiligen Israels verachtet. Darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, daß die Berge erbebten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen lagen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt und er wird für die Heiden in der Ferne ein Kriegsbanner aufrichten und ein Volk vom Ende der Erde herbeipfeifen und siehe, es wird schnell und eilends kommen. Unter ihnen ist kein Müder und kein Strauchelnder, keiner schlummert und keiner schläft, keinem geht der Gurt seiner Lenden auf, keinem zerreißt ein Riemen seiner Schuhe. Seine Pfeile sind geschärft und alle seine Bogen gespannt, die Hufe seiner Rosse sind wie Kieselsteine anzusehen und seine Wagenräder wie ein Sturmwind. Es gibt ein Gebrüll von sich wie eine Löwin, es brüllt wie die Junglöwen, es knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit und kein Retter ist da. Und es wird über ihr Brausen an jenem Tag wie Meeresbrausen, schaut man aber zur Erde, siehe, so ist da dichte Finsternis, auch das Licht wird durch ihr Gewölk verdunkelt. Kapitel 6 Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, so daß niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit weg führen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieser wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Kapitel 7 Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Judah, da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remaljas, dem König von Israel, hinauf, zum Krieg gegen Jerusalem, er konnte es aber nicht erobern. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Schear Jashub, an das Ende und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas, weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, die sagen, wir wollen nach Judah hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeils zum König einsetzen, deshalb spricht Gott der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen, denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus und binnen fünfundsechzig Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, so dass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remaljas Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiß keinen Bestand haben. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach Erbitte ein Zeichen von dem Herrn deinem Gott Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe Da antwortete Ahas Ich will nichts erbitten damit ich den Herrn nicht versuche Darauf sprach Jesaja Höre doch Haus David Ist es euch nicht genug daß ihr Menschen ermüdet müßt ihr auch meinen Gott ermüden Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben Siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben Dickmilch und Wildhonig wird er essen bis er versteht das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen Denn ehe der Knabe versteht das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen wird das Land vor dessen beiden Königen dir graut verlassen sein Der Herr aber wird über dich über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen wie sie niemals gekommen sind seitdem Ephraim von Judah abgefallen ist nämlich den König von Assyrien Denn es wird geschehen an jenem Tag da wird der Herr die Fliege die an der Mündung der Ströme Ägyptens ist und die Biene im Land Assyrien herbeipfeifen und sie werden herbeikommen und sich alle niederlassen in den Schluchten und in den Fels spalten und auf allen Dornhecken und allen Weideplätzen Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Euphratstromes nämlich durch den König von Assyrien das Haupt und das Haar an den Beinen abrasieren Ja auch den Bart wird er wegnehmen An jenem Tag wird es geschehen daß ein Mann nur eine Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten kann und es wird geschehen sie werden so viel essen und es wird geschehen an jenem Tag daß jeder Ort wo tausend Weinstöcke im Wert von tausend Schäkel Silber standen zu Dornen und Disteln werden wird man wird nur mit Pfeil und Bogen dahin gehen denn das ganze Land wird zu Dornen und Disteln werden und keinen der Berge die man jetzt mit der Hacke behackt wirst du mehr betreten aus Furcht Kapitel 8 Und der Herr sprach zu mir nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit deutlicher Schrift bald kommt Plünderung rasch Raub und ich will mir glaubwürdige Zeugen bestellen Uriah den Priester und Zachariah den Sohn Jeberechias und ich nahte mich der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn da sprach der Herr zu mir nenne ihn bald kommt Plünderung rasch Raub denn ehe der Knabe wird sagen können mein Vater und meine Mutter wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien hergetragen werden Und der Herr fuhr fort zu mir zu reden und sprach Weil dieses Volk das still fließende Wasser Siloas verachtet dagegen Freude hat an Rezin und an des Stromes über sie bringen den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit der wird sich über all seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten und er wird daher fahren über Judah es überschwemmen und über Fluten bis an den Hals wird erreichen und die Spanne seiner Heeresflügel wird die Breite deines Landes füllen Immanuel Schließt euch zusammen ihr schmiedet einen Plan es wird doch nichts daraus verabredet etwas es wird doch nicht ausgeführt denn Gott ist mit uns denn so hat der Herr zu mir gesprochen indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte auf dem Weg dieses Volkes zu gehen nennt nicht alles Verschwörung was dieses Volk Verschwörung nennt und vor dem was es fürchtet fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor den Herrn der Heerscharen den sollt ihr heiligen er sei eure Furcht und euer Schrecken so wird er euch zum Heiligtum werden aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem so daß viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen verstrickt und gefangen werden binde das Zeugnis zusammen versiegle das Gesetz in meinen Jüngern und ich will warten auf den Herrn der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs und will auf ihn hoffen siehe ich und die Kinder die mir der Herr gegeben hat wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn der Heerscharen der auf dem Berg Zion wohnt wenn sie euch aber sagen werden befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager die flüstern und murmeln so antwortet ihnen soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man die Toten für die Zeugnis wenn sie nicht so sprechen gibt es für sie kein Morgenrot und sie werden bedrückt und hungrig im Land umher schleichen und wenn sie Hunger leiden werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen sie so ist da Drangsal und Finsternis beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen Kapitel 9 doch bleibt nicht im Dunkel das Land das bedrängt ist wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naftali gering machte so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen jenseits des Jordan das Gebiet der Heiden das Volk das in der Finsternis wandelt hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet du hast das Volk vermehrt hast seine Freude groß gemacht sie werden sich vor dir freuen wie man sich in der Ernte freut wie die Sieger jubeln wenn sie Beute verteilen denn du hast das Joch zerbrochen das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians denn jeder Stiefel derer die gestiefelt einher stapfen im Schlacht Getümmel und jeder Mantel der durchs Blut geschleift wurde wird verbrannt und vom Feuer verzehrt denn ein Kind ist uns geboren ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber Starker Gott Ewig Vater Friedefürst Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich daß er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt und es soll in Israel niederfallen Das ganze Volk soll es erkennen Ephraim von Samaria die im Stolz und Übermut des Herzens sagen Ziegelsteine sind eingestürzt wir aber wollen mit Quadern aufbauen Maulbeerbäume wurden abgehauen wir aber wollen Zedern an ihre Stelle setzen Doch der Herr hat die Feinde Rezins ihm überlegen gemacht und seine Gegner aufgestachelt die Aramäer von vorn und die Philister von hinten und sie sollen Israel mit vollem Maul fressen Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt seine Hand bleibt ausgestreckt aber das Volk kehrt nicht um zu dem der es schlägt und sie suchen den Herrn der Heerscharen nicht darum wird der Herr von Israel Haupt und Schwanz abhauen Palm und Binse an einem Tag Der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet der Lügen lehrt ist der Schwanz Die Führer dieses Volkes sind Verführer geworden und die von ihnen geführten sind verloren Darum freut sich auch der Herr nicht über seine auserwählten Krieger und hat kein Erbarmen mit seinen Weisen und Witwen denn sie sind alle Frevler und Bösewichte und jeder Mund redet Torheit Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt seine Hand bleibt ausgestreckt Denn die Gottlosigkeit brennt wie ein Feuer Dornen und Disteln frisst sie und die dichten Wälder zündet sie an so dass Rauchsäulen emporwirbeln Durch den Zorn des Herrn ist das Land wie ausgebrannt und das Volk wie vom Feuer verzehrt keiner hat Mitleid mit dem anderen man verschlingt zur rechten und bleibt hungrig man frisst zur linken und wird nicht satt jeder frisst das Fleisch seines eigenen arms man nasse den Efraim und Efraim den Manasse und diese beiden fallen über Judah her bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt seine Hand bleibt ausgestreckt Kapitel 10 wehe denen die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern die bedrückende Vorschriften schreiben womit sie die Armen vom Rechtsweg verdrängen und den Unterdrückten meines Volkes ihr Recht rauben damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Weisen plündern können was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft und wenn der Sturm herein bricht der von ferne kommt zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen und wo wollt ihr euren Reichtum lassen wer sich nicht mit den Gefangenen beugen will der muss mit den erschlagenen fallen bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt seine Hand bleibt ausgestreckt wehe Assyrien der Rute meines Zorns der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk dem ich zirne will ich ihn aufbieten damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so sondern er nimmt sich vor Völker umzubringen und auszurotten und zwar nicht wenige denn er spricht sind nicht alle meine Fürsten Könige ist nicht Kalne wie Karkemisch Hamad wie Arpat Samaria wie Damaskus wie meine Hand sich der Königreiche der Götzen bemächtigt hat deren Götterbilder doch mächtiger waren als die von Jerusalem und Samaria und wie ich es mit Samaria und ihren Götzen gemacht habe sollte ich es nicht auch mit Jerusalem und ihren Götzen Bildern so machen und es wird geschehen wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen denn er sprach durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit denn ich bin klug ich verrücke die Grenzen der Völker und ihre Vorräte plündere ich und stürze wie ein Starker die thronenden herab meine Hand hat nach dem Reichtum der Völker gegriffen wie nach einem Vogelnest und wie man verlassene Eier zusammenrafft so habe ich die ganze Erde zusammen gerafft und keiner war da der mit den Flügeln schlug den Schnabel aufsperrte und piepte rühmt sich auch die Axt gegen den der damit haut oder brüstet sich die Säge gegen den der sie führt als ob der Stock den schwänge der ihn aufhebt als ob die Rute den erhöbe der kein Holz ist darum wird der Herr der Herr der Heerscharen unter die fetten Assyriens die Schwindsucht senden und unter seinen Edlen einen Brand anzünden wie Feuersglut und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme die wird seine Dornen und Disteln an einem einzigen Tag verbrennen und verzieren und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgartens mit Stumpf und Stiel ausrotten daß es sein wird wie wenn ein Kranker dahin siegt und der Überrest der Bäume seines Waldes wird zu zählen sein so daß ein Knabe sie aufschreiben kann und es wird geschehen an jenem Tag wird der Überrest Israels und das was vom Haus Jakobs entkommen ist sich nicht mehr auf den stützen der ihn schlägt sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen auf den heiligen Israels ein Überrest wird sich bekehren der Überrest Jakobs zu dem starken Gott denn wenn dein Volk o Israel wäre wie der Sand am Meer so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren denn Vertilgung ist beschlossen die ein Heer flutet in Gerechtigkeit denn ein Vertilgen und zwar ein Fest beschlossenes wird der Herrscher der Herr der Heerscharen inmitten der ganzen Erde ausführen deshalb spricht der Herrscher der Herr der Heerscharen du mein Volk das in Zion wohnt fürchte dich nicht vor Assyrien das dich mit der Rute schlägt und seinen Stock gegen dich erhebt nach der Weise Ägyptens denn nur noch eine ganz kleine Weile so ist der Grimm vorüber und mein Zorn wendet sich zu ihrer Vernichtung und der Herr der Heerscharen wird eine Geißel über ihn schwingen wie er Midian schlug am Felsen Oreb und sein Stab wird über dem Meer sein und zwar wie er ihn einst gegen Ägypten erhob und es wird geschehen an jenem Tag da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals ja das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung er kommt über Ayat zieht durch Migron bei Michmas legt er sein Gerät nieder sie ziehen durch den Engpass Geber sei unser Nachtquartier Rama erzittert das Gibea Sauls flieht schreie laut du Tochter Galim horche auf Laisha elendes Anna tot Madmena flieht die Bewohner Gebims suchen Zuflucht noch heute wird er sich in Nop aufstellen er wird seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion schwingen gegen die Höhe von Jerusalem siehe da haut der Herrscher der Herr der Heerscharen die Äste herunter mit furchtbarer Gewalt die Hochgewachsenen werden abgehauen und die Erhabenen erniedrigt und er schlägt den dichten Wald mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen Kapitel 11 und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes der Geist des Rats und der Kraft der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn und er wird sein Wohl gefallen haben an der Furcht des Herrn er wird nicht nach dem Augenschein richten noch nach dem Hören sagen recht sprechen sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen das Kalb der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken sie werden nichts Böses tun noch der Erkenntnis des Herrn wie die Wasser den Meeresgrund bedecken und es wird geschehen an jenem Tag da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelsproß Isais der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein und es wird geschehen an jenem Tag da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken um den Überrest seines Volkes der übrig geblieben ist loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten aus Patros und Kusch und Elam und Sinäa aus Hamad und von den Inseln des Meeres und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde und die Eifersucht Ephraims soll weichen und die Widersacher Judas sollen ausgerottet werden Ephraim wird Judah nicht mehr beneiden und Judah wird Ephraim nicht mehr bedrängen sondern sie werden den Philistern auf die Schulter fliegen nach Westen und gemeinsam die Söhne des Ostens plündern nach Edom und Moab greift ihre Hand und die Ammoniter gehorchen ihnen auch wird der Herr die ägyptische Meereszunge zerteilen und mit der Glut seines Hauches seine Hand über gehen kann und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes der übrig geblieben ist von Assyrien her wie es für Israel eine gab an dem Tag als es aus dem Land Ägypten hinauf zog Kapitel 12 Und an jenem Tag wirst du sagen ich preise dich Herr denn du warst gegen mich erzürnt doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet siehe Gott ist mein Heil ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen denn ja der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit dankt dem Herrn ruft seinen Namen an verkündigt unter den Völkern seine Taten erinnert daran daß sein Name hoch erhaben ist singt dem Herrn denn er hat Herrliches getan das soll bekannt werden auf der ganzen Erde jauchze und rühme die du in Zion wohnst denn der heilige Israels ist groß in deiner Mitte Kapitel 13 Die Last über Babel die Jesaja der Sohn des Armorts geschaut hat richtet ein Kriegsbanner auf einem kahlen Berg auf ruft ihnen laut zu winkt mit der Hand daß sie einziehen durch die Tore der Fürsten ich habe meinen geheiligten Befehl erteilt auch meine Helden berufen zu meinem Zorngericht meine stolz froh lockenden Horch Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk Horch Getöse von Königreichen von versammelten Heidenvölkern der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer sie kommen aus einem fernen Land vom Ende des Himmels der Herr und die Werkzeuge seines Zorns um das ganze Land zu verderben heult denn der Tag des Herrn ist nahe er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt sie sind bestürzt Krämpfe und Wehen ergreifen sie sie winden sich wie eine Gebärende einer starrt den anderen an ihre Angesichter glühen siehe der Tag des Herrn kommt unbarmherzig mit Grimm und Zornglut um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen ja die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophir darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn der Heerscharen und zwar am Tag der Glut seines Zorns und sie werden sein wie verscheuchte Gazellen und wie Schafe die niemand sammelt jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen wen man aber erwischt der wird durchbohrt und wer ergriffen wird der fällt durchs Schwert ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden siehe ich erwecke die Meder gegen sie die das Silber nicht achten und am Gold kein Gefallen haben und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen und kein Mitleid mit den Kindern haben so wird Babel die Zierde der Königreiche der Ruhm der Stolz der Kaldäer umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht kein Araber wird dort zelten und keine Hirten werden ihre Herden dort lagern lassen sondern Steppentiere werden dort liegen und ihre Häuser werden voller Eulen sein und Strauße werden dort Hausen und Ziegenböcke herumhüpfen und wilde Hunde werden heulen in ihren verödeten Palästen und Schakale in den Lustschlössern ihre Zeit ist nahe herbeigekommen und ihre Tage sollen nicht verlängert werden Kapitel 14 Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land und der Fremdling wird sich ihnen anschließen und sie werden dem Haus Jakobs anhängen und die Völker werden sich ihrer annehmen und sie an ihren Ort bringen und das Haus Israel wird sie im Land des Herrn als Knechte und Mägde zum Erbbesitz erhalten so werden sie die gefangen nehmen deren Gefangene sie gewesen sind und die jenigen beherrschen die einst sie bedrängten und es wird geschehen an dem Tag an dem der Herr dir Ruhe verschafft von deiner Qual und Unruhe und von dem harten Dienst der dir auferlegt war da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen und sagen wie hat der Treiber ein Ende genommen wie hat die Erpressung aufgehört der Herr hat den Stab der Gesetzlosen zerbrochen den Herrscher Stab der Tyrannen der die Völker im Grimm schlug mit unaufhörlichen Schlägen der im Zorn Nationen niedertrat mit schonungsloser Verfolgung jetzt ruht die ganze Erde und ist still man bricht in Jubel aus selbst die Zypressen freuen sich über dich und die Zedern des Libanon sie sagen seitdem du da nieder liegst kommt kein Holzfäller mehr zu uns herauf das Totenreich drunten gerät in Aufregung wegen dir in Erwartung deines Kommens er stört deinetwegen die Schatten auf alle Anführer der Erde er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Heidenvölker sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir auch du bist kraftlos geworden wie wir bist uns gleich geworden ins Totenreich hinab gestürzt ist deine Pracht das Rauschen deiner Harfen Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke wie bist du vom Toden geschmettert du Überwältiger der Nationen und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen ich will zum Himmel empor steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden ich will empor fahren auf Wolken Höhen dem Allerhöchsten mich gleich machen doch ins Totenreich bist du hinab gestürzt in die tiefste Grube die dich sehen schauen dich verwundert an sie betrachten dich und sagen ist das der Mann der die Erde erzittern ließ der Königreiche erschütterte der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederriß der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ alle Könige der Völker sie ruhen in Ehren jeder in seinem Haus du aber bist hingeworfen fern von deiner Grabstätte wie ein verabscheuter Schössling bedeckt mit erschlagenen vom Schwert durchbohrten die in eine mit Steinen bedeckte Grube hinab fahren wie ein zertretenes Aas du wirst nicht mit jenen vereint werden im Grab denn du hast dein Land zugrunde gerichtet hast dein Volk erwürgt der Same der Übeltäter wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden richtet eine Schlachtbank her für seine Söhne um der Missetat ihrer Väter willen damit sie nicht wieder aufkommen und die Erde in Besitz nehmen und den Erdkreis voller Städte machen ich will gegen sie aufstehen spricht der Herr der Heerscharen und von Babel ausrotten Namen und Überrest Spross und Schössling spricht der Herr und ich will es zum Besitztum der Igel machen und zu Wasser sümpfen und will es Heerscharen Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesagt fürwahr es soll geschehen wie ich es mir vorgenommen habe und es soll zustande kommen wie ich es beschlossen habe ich will den Assyrer zerschmettern in meinem Land und ich will ihn zertreten auf meinen Bergen so wird sein Joch von ihnen genommen werden und seine Last von ihren Schultern fallen das ist der Ratschluß der beschlossen ist über die ganze Erde und dies ist die Hand die ausgestreckt ist über alle Völker denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen wer will es vereiteln seine Hand ist ausgestreckt wer will sie abwenden im Todesjahr des Königs Ahas ist dieser Ausspruch ergangen freue dich nicht ganz Philister Land daß der Stock zerbrochen ist der dich schlug denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Natter hervorkommen und deren Frucht wird ein fliegender feuriger Drache sein und die Erstgeborenen der Armen werden weiden und die geringen sicher wohnen aber deine Wurzel will ich durch Hunger töten und deinen Überrest wird er umbringen jammere o Tor schreie o Stadt verzage ganz Philister Land denn von Norden kommt Rauch und eine lückenlose Schar was wird man dass der Herr Zions Grundmauern gelegt hat und dort werden die Elenden seines Volkes Zuflucht finden Kapitel 15 Die Last über Moab Über Nacht wird Ar-Moab verwüstet es ist vertilgt Über Nacht wird Kir-Moab verwüstet es ist vertilgt Habait und Dibon steigen zu ihren Höhen hinauf um zu weinen Moab jammert auf dem Nebo und in Medeba auf allen seinen Häuptern sind Glatzen und alle Bärte sind abgeschnitten auf ihren Gassen sind sie mit Sacktuch umgürtet auf ihren Dächern und Plätzen jammert alles und zerfließt in Tränen Hesbon und Eleale schreien bis Jahaz hört man ihre Stimme darum werden Moabs Bewaffnete laut aufschreien der Mut wird ihnen entsinken von Herzen jammere ich um Moab sie fliehen bis nach Zoar nach Eglat Chelischia sie steigen weinend die Anhöhe nach Luchid hinauf auf dem Weg nach Horonaim erheben sie ein erschütterndes Geschrei denn die Wasser von Nimrim sollen zu Wüsten werden ja das Gras ist verdorrt alles Kraut abgefressen kein grünes Helmchen mehr da darum tragen sie den Rest ihrer Habe was sie noch retten konnten über den Weidenbach ja das Geschrei geht im ganzen Land Moab um ihr Wehklagen reicht bis nach Eglahim bis nach Beahelim ihr Geheul denn die Wasserdimons sind voll Blut ja ich verhänge noch mehr über Dimon über die entkommenen Moabiter kommt ein Löwe auch über den Überrest der noch im Land ist Kapitel 16 Schickt ein Lamm dem Beherrscher des Landes von Selah aus durch die Wüste zu dem Berg der Tochter Zion denn es wird geschehen wie umher flatternde Vögel wie ein aufgescheuchtes Nest werden die Töchter Moabs an den Furten des Arnon sein gib Rat triff eine Entscheidung mach deinen Schatten am hellen Mittag gleich der dunklen Nacht verbirgt die Verjagten verrate die Flüchtlinge nicht laß meine Flüchtlinge bei dir einkehren Moab sei ihnen ein Schirm vor dem Verderber wenn der Bedrücker nicht mehr da ist das Zerstören aufgehört hat die Gewalttätigen von der Erde weggefegt sind dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden und auf ihm wird sitzen in Wahrheit im Zelt Davids ein Richter der nach dem Recht trachtet und die Gerechtigkeit fördert wir haben gehört von dem Hochmut Moabs das sehr anmaßend ist von seinem Übermut seinem Stolz und seiner Überheblichkeit seinem leeren Geschwätz darum werden die Moabiter um Moab heulen alles wird heulen um die Traubenkuchen von Kir Hariset werdet ihr seufzen ach sie sind dahin denn die Pflanzungen von Hesbon sind verwelkt der Weinstock von Sibmar die Herren der Heidenvölker schlugen seine Edelreben nieder sie reichten bis Jaeser wucherten bis in die Wüste breiteten ihre Ranken aus gingen bis übers Meer darum weine ich mit den Weinenden von Jaeser um den Weinstock von Sibmar ich benetze dich Hesbon und Eleale mit meinen Tränen denn über deine Obsternte über deine ganze Erntezeit ist das Jauchzen der Feinde gefallen Freude und Frohlocken sind aus den Obstgärten verschwunden und in den Weinbergen jubelt und jauchzt man nicht der Kälterer tritt keinen Wein in den Kufen das Kälterlied habe ich zum Schweigen gebracht darum klagt mein Innerstes um Moab wie eine Laute und mein Herz um Kir Heres und es wird geschehen wenn Moab erscheint wenn es sich auf die Höhe bemüht und in sein Heiligtum geht um zu beten so wird es nichts ausrichten das ist das Wort das der Herr ehemals über Moab gesprochen hat jetzt aber redet der Herr und spricht in drei Jahren wie sie der Tagelöhner zählt wird die große Menge deren Moab sich rühmt gering werden und der Überrest wird winzig klein ohne Ehre sein Kapitel 17 Die Last über Damaskus Siehe Damaskus hört auf eine Stadt zu sein und wird zu einer verfallenen Ruine verlassen sind die Städte von Aruer den Herden werden sie zuteil die lagern sich dort und niemand scheucht sie auf aus ist mit der Festung in Ephraim und mit dem Königtum in Damaskus und der Überrest von Aram wird der Herrlichkeit der Kinder Israels gleich sein spricht der Herr der Heerscharen und es wird geschehen an jenem Tag da wird die Herrlichkeit Jakobs armselig sein und das Fett seines Fleisches hinschwinden es wird gehen wie wenn der Schnitter Halme zusammenrafft und sein Arm Ehren abmäht ja wie wenn einer Ehren liest im Tal der Rephaiter es wird nur eine Nachlese von ihnen übrig bleiben wie beim Abschlagen der Oliven zwei oder drei reife Oliven oben im Wipfel des Baumes vier oder fünf in den Zweigen des Fruchtbaums spricht der Herr der Gott Israels an jenem Tag wird der Mensch auf den schauen der ihn gemacht hat und seine Augen werden auf den heiligen Israels blicken und er wird nicht auf die Altäre schauen das Werk seiner Hände und wird nicht mehr nach dem blicken was seine Finger gemacht haben nach den Aschera Stand Bildern und Sonnensäulen an jenem Tag werden ihre Festungsstädte wie die verlassenen Waldeshöhen und Berggipfel sein die man einst vor den Kindern Israels verließ und es wird eine Wüste sein denn du hast den Gott deines Heils vergessen und nicht gedacht an den Felsen mit fremden Weinranken an dem Tag da du sie pflanzt ziehst du sie groß und am Morgen wenn du gesät hast bringst du sie zum blühen die Ernte aber wird dahin sein am Tag der Krankheit und des unheilbaren Schmerzes wehe ein toben vieler Völker die toben wie das Meer und ein Rauschen von Völkern die wie mächtige Wasser rauschen die Völker rauschen gleich den großen Wassern wenn er sie aber schilt so fliehen sie weit davon und werden dahin gejagt wie Spreu auf den Bergen vor dem Wind und wie wirbelnder Staub vor dem Sturm siehe zur Abendzeit ist schreckender ehe es aber Morgen wird sind sie nicht mehr vorhanden das ist das Teil derer die uns berauben und das Los derer die uns plündern Wehe dir du Land des Flügel geschwirrst das jenseits der Ströme von Kusch liegt das seine Booten aufs Meer entsendet und in Rohr Schiffen über die Wasserfläche geht hin ihr schnellen Boten zu der Nation die verschleppt und gerupft ist zu dem Volk vor dem man sich scheut seit es besteht zu der Nation die immer wieder mit der Messschnur gemessen und von Zertretung heimgesucht wurde deren Land die Ströme überschwemmt haben ihr Bewohner des Erdkreises alle und die ihr auf der Erde wohnt wenn das Kriegsbanner auf den Bergen aufgerichtet wird so schaut hin und wenn man ins Horn stößt so horcht auf denn so hat der Herr zu mir gesprochen ich werde ruhig warten und von meiner Wohnstätte aus zuschauen wie heitere Wärme bei Ernteglut denn vor der Ernte wenn die Blüte abfällt und der Blütenstand zur reifenden Traube wird dann schneidet er die Ranken mit Rebmessern ab er wird auch die Reben wegnehmen und abhauen und sie werden allesamt den Raubvögeln der Berge und den Tieren des Feldes überlassen daß die Raubvögel darauf den Sommer verbringen und alle Tiere des Feldes darauf überwintern in jener Zeit wird dem Herrn der Heerscharen ein Geschenk dargebracht werden ein Volk das verschleppt und gerupft ist Leute aus einem Volk vor dem man sich scheut seit es besteht einer Nation die immer wieder mit der Mess Schnur gemessen und von Zertretung heimgesucht wurde deren Land die Ströme überschwemmt haben hin zu der Wohnstätte des Namens des Herrn zum Berg Zion Kapitel 19 Die Last über Ägypten Siehe der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach Ägypten da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben und das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln daß sie kämpfen werden ein Bruder gegen den anderen ein Freund gegen den anderen Stadt gegen Stadt Königreich gegen Königreich und der Geist der Ägypter wird irre werden in ihrem Inneren und ich will ihren Plan zunichte machen dann werden sie die Götzen die Zauberer die Toten Beschwörer und die Wahrsager befragen und ich will die Ägypter in die Hände eines strengen Herrn ausliefern und ein harter König soll über sie herrschen spricht der Herrscher der Herr der Heerscharen und die Wasser werden sich aus dem Nil verlaufen und der Strom wird versiegen und vertrocknen und stinkend werden die Ströme seicht und trocken die Kanäle Matsoas Rohr und Schilf werden hinwelken die Auen am Nil an der Mündung des Nils und jedes Saatfeld des Nils werden verdorren verwehen und nicht mehr sein die Fischer werden klagen und trauern werden alle die die Angel in den Nil werfen und die das Netz auf dem Wasserspiegel ausbreiten werden trostlos sein es werden zu Schanden die Leinenweber und die Weißzeugweber ja ihre Grundpfeiler sind zerschlagen und alle Lohnarbeiter sind in der Seele bekümmert nichts als Toren sind die Fürsten von Zoan die weisen Ratgeber des Pharao ihr Ratschlag hat sich als töricht erwiesen wie könnt ihr alten Könige wo sind denn deine Weisen sie sollen dir doch verkünden und erkennen was der Herr der Heerscharen über Ägypten beschlossen hat die Fürsten von Zoan sind zu Narren geworden getäuscht sind die Fürsten von Nob die Anführer seiner Stämme haben Ägypten irre geführt der Herr hat einen Taumel Geist unter sie ausgegossen so daß sie Ägypten in all seinem Tun irre führen Und für Ägypten wird keine rettende Tat mehr übrig bleiben die Haupt oder Schwanz Palm Zweig oder Binse ausrichten könnten An jenem Tag werden die Ägypter wie Weiber sein sie werden zittern und erschrecken vor dem Erheben der Hand des Herrn der Heerscharen die er gegen sie erheben wird Und das Land Judah wird für die Ägypter ein Schrecken sein So oft es jemand bei den zu jener Zeit werden fünf ägyptische Städte die Sprache Kanaans reden und bei dem Herrn der Heerscharen schwören eine wird ihr Heeres heißen An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Heerscharen im Land Ägypten denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker und er wird ihnen einen Retter senden der wird kämpfen und sie erretten und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen sie werden ihm mit Schlachtopfern und Speisopfern dienen sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen so wird anwenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen an jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen an jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Gesegnet bist du Ägypten mein Volk und du Assyrien das Werk meiner Hände und du Israel mein Erbteil Kapitel 20 In dem Jahr als der Tartan nach Asdod kam als ihn Sargon der König von Assyrien sandte und er gegen Asdod kämpfte und es einnahm zu jener Zeit hatte der Herr durch Jesaja den Sohn des Amots so gesprochen geh lege das Sacktuch ab von deinen Hüften und zieh die Sandalen aus von deinen Füßen und er machte es so ging entblößt und barfuß da sprach der Herr gleich wie mein Knecht Jesaja drei Jahre lang entblößt und barfuß einher gegangen ist als Zeichen und Warnung für Ägypten und Kusch so wird der König von Assyrien die gefangenen Ägypter und die zur Verbannung bestimmten Kuschiter Knaben und Greise entblößt und barfuß und mit entblößtem Gesäß wegführen zur Schande Ägyptens da werden dann diejenigen verzagen und zu Schanden werden die sich auf Kusch verließen und sich mit Ägypten brüsteten und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sagen siehe so steht es mit unserer Zuflucht zu der wir geflohen sind um Hilfe und Rettung vor dem König von Assyrien wie wollen wir nun entkommen Kapitel 21 Die Last über die Wüste des Meeres Wie Stürme im Negev daher brausen so kommt es daher aus der Wüste aus dem schrecklichen Land Ein hartes Gesicht wurde mir gezeigt Der Räuber raubt Der Zerstörer zerstört Zieht heran ihr Elamiter Belagert sie ihr Meder Denn alles von ihnen verursachte Seufzen will ich stillen Darum sind meine Lenden voll Schmerz Wehen haben mich ergriffen Gleich den Wehen einer Gebärenden Ich krümme mich vor dem was ich hören muss bin erschrocken von dem was ich sehen muss Mein Herz schlägt wild Schauder hat mich überfallen Die Dämmerung die mir lieb ist hat er mir in Schrecken verwandelt Man deckt den Tisch man breitet die Polster aus man isst und trinkt Auf ihr Fürsten salbt den Schild Denn so hat der Herr zu mir gesprochen geh stelle so beobachte er scharf mit größter Aufmerksamkeit und er schrie wie ein Löwe Herr ich stehe unablässig auf der Warte bei Tag und auf meinem Posten alle Nächte und sieh da kommt ein Zug Männer ein Pferde gespann und er begann und sprach gefallen gefallen ist Babel und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden geschmettert O mein zerdroschenes Volk du Sohn meiner Tenne was ich von dem Herrn der Heerscharen dem Gott Israels gehört habe das verkündige ich euch die Last über Duma aus Seir ruft man mir zu Wächter ist die Nacht bald vorbei Wächter ist die Nacht bald vorbei der Wächter spricht der Morgen ist angebrochen und doch ist es noch Nacht wenn ihr fragen wollt so fragt kommt bald wieder die Last über Arabien in der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten ihr Karawanen der Dedaniter bringt dem durstigen Wasser entgegen ihr Bewohner des Landes Thema geht dem Flüchtling entgegen mit Brot für ihn denn vor den Schwertern sind sie geflohen vor dem gezückten Schwert vor dem gespannten Bogen und vor der Gewalt des Krieges denn so hat der Herr zu mir gesprochen noch ein Jahr wie die Jahre eines Tagelöhners so ist alle Herrlichkeit Kedars dahin und von den tapferen Bogenschützen Kedars wird nur eine geringe Zahl übrig bleiben ja der Herr der Gott Israels hat geredet kapitel 22 die last über das tal der offenbarung was ist denn mit dir daß alle deine leute auf die dächer steigen du vom getümmel erfüllte lärmende stadt du jauchzende stadt deine erschlagenen sind weder vom schwert durchbohrt noch im kampf gefallen alle deine anführer sind miteinander geflohen wurden gefesselt ohne einen Bogenschuss abzugeben dein ganzes aufgebot ist miteinander in Gefangenschaft geraten schon von ferne sind sie geflohen deshalb sage ich schaut weg von mir denn ich muss bitterlich weinen gebt euch keine Mühe mich zu trösten über den Untergang der Tochter meines kommt ein Tag der Bestürzung der Zertretung und Verwirrung von dem Herrscher dem Herrn der Heerscharen im Tal der Offenbarung man reißt die Mauer ein und Geschrei halt gegen den Berg die Elamiter tragen den Köcher neben bemannten Streitwagen kommen Reiter daher Kier entblößt den Schild und es wird geschehen deine schönen Täler werden voller Streitwagen sein und die Reiter nehmen Stellung ein gegen das Tor und er nimmt den Schutz Judas weg aber du schaust an jenem Tag auf die Waffen des Zeughauses und ihr seht nach den Rissen in der Mauer der Stadt Davids denn es sind viele und die Wasser des unteren Teiches sammelt ihr ihr zählt auch die Häuser Jerusalems und brecht Häuser ab um die Mauer zu befestigen und ihr legt ein Sammelbecken an zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches aber ihr schaut nicht auf den der dies getan hat und seht nicht nach dem der es seit langem bereitet hat und an jenem Tag ermahnt der Herrscher der Herr der Heerscharen zum Weinen und Wehklagen zum Kahl Scheren des Hauptes und zum Umgürten des Sacktuches doch siehe da ist Jubel und Vergnügen Ochsen schlachten und Schafe schächten Fleisch essen und Wein trinken lasst uns essen und trinken denn morgen sind wir tot doch der Herr der Heerscharen hat sich meinem Ohr geoffenbart wahrlich diese Missetat soll euch nicht vergeben werden bis ihr sterbt spricht der Herrscher der Herr der Heerscharen so hat der Herrscher der Herr der Heerscharen gesprochen geh hinein zu diesem Verwalter zu Schebner der über den Palast gesetzt ist und sprich was hast du hier und wen hast du hier daß du dir hier ein Grab aushaust du der sich hoch oben sein Grab aushaut sich eine Wohnung in den Felsen hinein meißelt siehe der Herr wird dich weit weg schleudern Mann und er wird dich festpacken dich fest zusammenwickeln wie einen knäuel und dich wie einen ball in ein weites und breites land schleudern dort wirst du sterben und dorthin kommen deine prächtigen Wagen du Schande für das Haus deines Herrn ich will dich aus deinem Amt stoßen und man wird dich von deiner Stellung herabstürzen und es wird geschehen an jenem Tag da werde ich meinen Knecht Eliakim den Sohn Hilkias berufen und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Judah ein Vater sein ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen so dass wenn er öffnet Ort und er soll ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden so dass die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird die Sprösslinge und die Abkömmlinge alle kleinen Gefäße von den Tonschalen bis zu allen Krügen an jenem Tag spricht der Herr der Heerscharen wird der Pflock der an dem festen Ort eingeschlagen war weichen ja er wird abgehauen werden und fallen und die Last die daran hängt wird zugrunde gehen denn der Herr hat es geredet Kapitel 23 die Last über Tyrus jammert ihr Tarsis Schiffe denn Tyrus ist zerstört ohne Häuser und ohne Einfahrt für Schiffe aus dem Land der Kitea ist es ihnen bekannt geworden schweigt ihr Bewohner der Küste die sidonischen Kaufleute die das Meer befahren haben dich erfüllt und auf großen Wassern war die Saat des Sihor die Ernte des Niltales ihr Einkommen und sie war der Markt der Nationen schäme dich Sidon denn das Meer die Meeresfeste spricht ich habe keine Wehen gehabt noch geboren noch junge Männer groß gezogen noch Jungfrauen auferzogen wie bei der Nachricht über Ägypten so werden sie sich auch vor Schrecken winden bei der Nachricht über Tyrus fahrt hinüber nach Tarsis jammert ihr Bewohner der Küste ist das nicht eure freudenreiche Stadt deren Ursprung in uralter Vorzeit liegt deren Füße sie in ferne Länder trugen damit sie sich dort ansiedelten wer hat dieses über Tyrus beschlossen die Kronenspenderin deren Kaufleute Fürsten und deren Händler die Vornehmen der Erde waren der Herr der Heerscharen hat es beschlossen um den Stolz all ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Welt verächtlich zu machen überflute dein Land wie es beim Nil geschieht du Tochter Tarsis es ist keine Werft mehr da er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt er hat Königreiche erschüttert der Herr hat über Kanaan Befehl gegeben daß seine Festungen zerstört werden sollen und er hat gesagt du sollst dich künftig nicht mehr freuen du geschändete Jungfrau Tochter Zidon nach Kittim mache dich auf fahre hinüber auch dort wird man dir keine Ruhe lassen siehe das Land der Kaldäer dieses Volk das nicht war Assyrien hat es den Wüsten Bewohnern zugewiesen sie haben ihre Belagerungstürme errichtet seine Paläste bloß gelegt es zu Trümmerhaufen gemacht jammert ihr Tarsis Schiffe denn eure Zuflucht ist zerstört und es wird geschehen an jenem Tag da wird Tyrus für siebzig Jahre in Vergessenheit geraten solange ein König regieren kann am Ende von siebzig Jahren aber wird es Tyrus ergehen wie es in dem Lied von der Hure heißt nimm die Laute ziehe in der Stadt herum du vergessene Hure spiele gut singe Lied auf Lied daß man wieder an dich denkt denn es wird geschehen am Ende der siebzig Jahre da wird der Herr Tyrus heimsuchen und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird mit allen Königreichen der Erde die auf der Erde ansässig sind Hurerei treiben aber ihr Erwerb und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden er wird nicht angesammelt noch aufgespeichert sondern ihr Erwerb wird für die sein die vor dem Angesicht des Herrn wohnen damit sie essen bis zur Sättigung und stattlich bekleidet sind Kapitel 24 siehe der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten er wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen dann wird der Priester sein wie das Volk der Herr wie sein Knecht die Frau wie ihre Magd der Verkäufer wie der Käufer der Verleiher wie der der Borg der Gläubiger wie der Schuldner das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden ja der Herr hat dieses Wort gesprochen es trauert und welkt das Land der Erdkreis verschmachtet und verwelkt es verschmachten die Hohen übertreten die Satzungen abgeändert den ewigen Bund gebrochen darum hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen müssen es büßen darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt und nur wenige Menschen sind übrig geblieben der Most trauert der Weinstock verschmachtet es seufzen alle die sich von Herzen gefreut hatten der Jubel der Paukenschläger ist vorbei das Geschrei der Frohlockenden ist verstummt und die Freude des Lautenspiels hat ein Ende man singt nicht mehr beim Weintrinken wer noch Rauschtrank zu sich nimmt dem schmeckt es bitter die verödete Stadt ist zerstört jedes Haus ist verschlossen so daß niemand hineinkommt man klagt um den Wein auf den Gassen alle Freude ist unter gegangen alle Wonne des Landes dahin nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück und das Tor wurde in Trümmer geschlagen ja so wird es geschehen im Land und unter den Leuten wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese wenn die Weinernte zu Ende ist jene übrig gebliebenen aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs preist den Namen des Herrn des Gottes Israels auf den Inseln des Meeres Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde Herrlichkeit dem Gerechten Ich aber sprach Ich vergehe Ich vergehe Wehe mir Räuber rauben Ja Räuberisch rauben die Räuber Grauen Grube und Garn kommen über dich du Bewohner der Erde Und es wird geschehen Wer vor der grauen erregenden Stimme flieht der wird in die Grube fallen Wer aber aus der Grube herauf steigt wird im Garn gefangen werden Denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die Grundfesten der Erde erbeben Die Erde wird krachend zerbersten Die Erde wird reißen und bersten Die Erde wird hin und her schwanken Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte ihre Missetat lastet schwer auf ihr sie fällt und steht nicht wieder auf und es wird geschehen an jenem Tag da wird der Herr das Heer der Höhe in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden und sie werden eingesperrt wie man Gefangene in die Grube einsperrt und im Kerker werden sie eingeschlossen aber denn der Herr der Heerscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit Kapitel 25 O Herr du bist mein Gott dich will ich erheben ich lobe deinen Namen denn du hast Wunder getan deine Ratschlüsse von Alters her sind zuverlässig und wahrhaftig denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht die feste Burg zum Trümmerhaufen den Palast der Fremden zu einer untergegangenen Stadt ewiglich wird sie nicht mehr aufgebaut werden darum ehrt dich auch ein mächtiges Volk die Städte gewalttätiger Nationen fürchten dich denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden eine Zuflucht dem Armen in seiner Not ein Schirm vor dem Wolkenbruch ein Schatten vor der Hitze als der Zornhauch der Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam wie die Sonnenglut in einer dürren Gegend so dämpfst du das Toben der Fremden wie die Sonnenglut durch den Schatten einer Wolke so legt sich der Triumph Gesang der Tyrannen und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten ein Mahl von alten Weinen von fetten magigen Speisen von alten geläuterten Weinen und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen die alle Völker verhüllt und die Decke womit alle Nationen bedeckt sind er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott der Herr wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinweg nehmen von der ganzen Erde ja der Herr hat es gesprochen und an jenem Tag wird man sagen seht das ist unser Gott auf den wir gehofft haben dass er uns rette das ist der Herr auf den wir hofften nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen Moab aber wird unter ihm zertreten werden wie Stroh in der Mist Lache zertreten wird und sollte es auch seine Hände ausbreiten wie ein Schwimmer sie ausbreitet um zu schwimmen so wird er seinen Hochmut erniedrigen trotz der Kunstgriffe seiner Hände deine festen hochragenden Mauern wird er niederwerfen abreißen und zu Boden stoßen in den Staub Kapitel 26 An jenem Tag wird dieses Lied im Land Judah gesungen werden Wir haben eine feste Stadt Errettung setzt er als Mauern und als Schutz wehr Öffnet die Tore damit ein gerechtes Volk einzieht das Treue bewahrt Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden den Frieden weil es auf dich vertraut Vertraut auf den Herrn alle Zeit denn ja der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten denn er hat erniedrigt die Bewohner der Höhe die hochragende Stadt er hat sie niedergeworfen er hat sie zu Boden gestürzt hat sie herab gestoßen bis in den Staub daß sie der Fuß zertrete die Füße der Elenden die Tritte der Schwachen der Pfad des Gerechten ist gerade geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten auch auf dem Weg deiner Gerichte Herr harten wir auf dich auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet meine Seele verlangte nach dir in der Nacht ja mein Geist in mir suchte dich denn sobald deine Gerichte die Erde treffen lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit wird dem Gottlosen Gnade erwiesen so lernt er nicht Gerechtigkeit in dem Land wo Ordnung herrscht handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn Herr deine Hand ist erhoben sie wollen es nicht sehen sie werden es aber sehen und sich schämen müssen der Eifer für das Volk das Zornes Feuer wird deine Feinde verzehren uns aber Herr wirst du Frieden schaffen denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht O Herr unser Gott andere Herren als du herrschten über uns aber künftig gedenken wir allein an dich an deinen Namen tote werden nicht wieder lebendig schatten stehen nicht wieder auf darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt du hast o Herr zum Volk hinzugetan du hast das Volk vermehrt du hast dich herrlich erwiesen du hast alle Grenzen des Landes erweitert Herr in der Drangsal der Bedrängnis als deine Züchtigung sie traf wie eine Schwangere die dem Gebären nahe ist sich windet und vor Schmerzen schreit in ihren Wehen so waren auch wir Herr vor deinem Angesicht wir waren schwanger wanden uns in Schmerzen und gebaren gleichsam Wind wir konnten dem Land nicht Rettung verschaffen und es wurden keine Erdenbewohner geboren aber deine Toten werden leben auch mein Leichnam sie werden auferstehen wacht auf und jubelt ihr Bewohner des Staubes denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben so geh nun mein Volk in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu verbirg dich einen kleinen Augenblick bis der Zorn vorüber gegangen ist denn siehe der Herr wird von seinem Ort ausgehen um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr erschlagenen nicht länger verbergen Kapitel 27 an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen die flüchtige Schlange ja den Leviathan die gewundene Schlange und er wird das Ungeheuer töten das im Meer ist an jenem Tag wird man sagen ein Weinberg von feurigen Weinen besingt ihn ich der Herr behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit ich bewache ihn Tag und Nacht damit sich niemand an ihm vergreift Zorn habe ich keinen wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen es sei denn daß man Schutz bei mir suchte daß man Frieden mit mir machte ja Frieden machte mit mir in zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen hat er es auch geschlagen wie er die schlug welche ihm Schläge versetzten oder wurde es hingemordet wie seine Mörder ermordet worden sind mit Maßen durch Verbannung hast du es gestraft er hat es durch seinen heftigen Sturm fortgetrieben am Tag des Ostwinds darum wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein daß er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen macht und keine Aschera Standbilder und Die feste Stadt ist einsam geworden eine verworfene und verlassene Wohnung wie die Steppe Kälber weiden und lagern sich dort und fressen ihre Büsche ab wenn deren Zweige verdorren werden sie abgebrochen Frauen kommen und zünden sie an denn es ist ein unverständiges Volk darum erbarmt sich der nicht über sie welcher sie gemacht hat und der sie gebildet hat wird sie nicht begnadigen und es wird geschehen an jenem Tag daß der Herr ein Dreschen veranstalten wird von den Fluten des Euphrat Stromes an bis zum Bach Ägyptens und ihr sollt gesammelt werden ihr Kinder Israels eins ums andere und es wird geschehen an jenem Tag da wird das große Schofahorn geblasen werden da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen Kapitel 28 Wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über dem fetten Tal der vom Wein überwältigten siehe der Herr hat einen starken und gewaltigen bereit wie ein Hagelwetter wie ein verderben bringender Sturm wie ein Wolkenbruch mit mächtiger Wasserflut er wirft sie zu Boden mit Macht mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der trunkenen Ephraims und der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über dem fetten Tal wird es ergehen wie einer Frühfeige vor der Obsternte wer sie erblickt der verschlingt sie sobald er sie in der Hand hält an jenem Tag wird der Herr der Heerscharen für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein Geist des Rechts und eine Stärke denen die den Angriff vom Tor abwehren Aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom Rauschstrank Priester und Prophet sind vom Rauschstrank berauscht vom Wein benebelt sie taumeln vom Rauschstrank sie sehen nicht mehr klar urteilen unsicher Ja alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz Wem soll er Erkenntnis beibringen wem die Botschaft erläutern denen die von der Milch entwöhnt von den Brüsten abgesetzt sind weil sie sagen Vorschrift auf Vorschrift Vorschrift auf Vorschrift Satzung auf Satzung Satzung auf Satzung hier ein wenig da ein wenig so wird auch er zu diesem Volk mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache reden er der zu ihnen gesagt hatte das ist die Ruhe erquickt den müden und das ist die Erquickung aber sie wollten nicht hören und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden Vorschrift auf Vorschrift Vorschrift auf Vorschrift Satzung auf Satzung Satzung auf Satzung hier ein wenig da ein wenig damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen zerbrochen und verstrickt und gefangen werden darum hört das Wort des Herrn ihr Spötter die ihr über dieses Volk herrscht das in Jerusalem ist weil ihr sprecht wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht wenn die überschwemmende Flut daherkommt wird sie nicht zu uns gelangen denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen darum so spricht Gott der Herr siehe ich lege in Zion einen Stein einen bewährten Stein einen kostbaren Eckstein der aufs festeste gegründet ist wer glaubt der flieht nicht und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage der Hagel wird eure Lügen zu Flucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand wenn die überschwemmende Flut daherfährt so werdet ihr von ihr zermalmt werden so oft sie daherfährt wird sie euch erfassen ja sie wird jeden Morgen daherkommen bei Tag und bei Nacht und es wird schon lauter Schrecken sein die Botschaft zu hören denn das Bett wird so kurz sein daß man sich nicht darauf ausstrecken kann und die Decke so schmal daß man sich nicht in sie ein wickeln kann denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perazim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon um sein Werk ja sein fremdartiges Werk auszuführen und seine Arbeit ja seine unerhörte Arbeit zu vollbringen und nun treibt keinen Spott daß eure Fesseln nicht fester gemacht werden denn ich habe von dem Herrscher dem Herrn der Heerscharen gehört daß Vertilgung und Strafgericht über das ganze Land beschlossen ist horcht auf und hört meine Stimme gebt Acht und hört meine Rede pflügt der Ackers Mann den ganzen Tag um zu säen zieht er Furchen und eckt er auf seinem Acker den ganzen Tag ist nicht so wenn er ihn geebnet hat so streut er Dill aus und sät Kümmel wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und spellt an seinen Rand und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott er unterwies ihn daß er den Dill nicht mit dem Dreschwagen drischt und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock wird Brotkorn etwa zermalmt nein er drischt es nicht unaufhörlich aus selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber jagt so zermalmt er es nicht auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus Kapitel 29 wehe dir Ariel Ariel du Stadt wo David lagerte zählt noch ein Jahr zu diesem hinzu die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden dann will ich Ariel bedrängen daß Traurigkeit und Klage entstehen und er wird mir zum rechten Gottes Altar werden denn ich will dich ringsum belagern und dich mit einem Belagerungswall einschließen und Bollwerke gegen dich aufrichten dann wirst du erniedrigt von der Erde aus reden und aus dem Staub werden deine Worte gedämpft ertönen deine Stimme wird wie die eines Totengeistes aus der Erde kommen und deine Rede aus dem Staub heraus flüstern aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie zerstiebende Spreu die Menge der Tyrannen und das plötzlich in einem Augenblick vom Herrn der Heerscharen wirst du heimgesucht werden mit Donner und Erdbeben und mit großem Krachen Sturmwind und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen und wie ein Traum wie ein Nachtgesicht wird die Menge aller Völker sein die gegen Ariel zu Felde ziehen und alle die gegen ihn und seine Festung Krieg führen und ihn bedrängen und es wird geschehen wie der Hungrige träumt er esse und wenn er erwacht ist sein Verlangen ungestillt oder wie der Durstige träumt er trinke und wenn er erwacht so ist er matt und seine Seele lechzt so wird es der Menge der Heidenvölker ergehen die Krieg führen gegen den Berg Zion stutzt und staunt lasst euch verblenden und erblindet sie sind trunken aber nicht vom Wein sie schwanken aber nicht vom Rauschtrank denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen und er hat eure Augen die Propheten verschlossen und eure Häupter die Seher verhüllt darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches wenn man dieses einem gibt der lesen kann und zu ihm sagt lies das so antwortet er ich kann nicht weil es versiegelt ist wenn man aber das Buch einem gibt der nicht lesen kann und zu ihm sagt lies das so spricht er ich kann nicht lesen weiter spricht der Herr weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist siehe so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein wehe denen die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen damit ihre Oh eure Verkehrtheit soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen er hat mich nicht gemacht oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen er versteht es nicht geht es doch nur noch eine kleine Weile so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Carmel für einen Wald gehalten werden an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den heiligen Israels denn der Tyrann hat ein Ende und der Spötter verschwindet und alle sollen ausgerottet werden die auf Unrecht lauern die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und demjenigen Schlingen legen der im Tor Recht spricht und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen Darum so spricht der Herr zum Haus Jakobs er der Abraham erlöst hat nun soll Jakob nicht mehr zu Schanden werden und nun soll dein Angesicht nicht mehr erbleichen denn wenn er wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen so werden sie meinen Namen heiligen sie werden den heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten und die welche in ihrem Geist irren werden Einsicht bekommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen Kapitel 30 wehe den widerspenstigen Kindern spricht der Herr welche Pläne ausführen die nicht von mir stammen und Trankopfer ausgießen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen die sich aufmachen um nach Ägypten zu ziehen aber mich fragen sie nicht um Rat um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens aber der Schutz des Pharao wird euch zur Schande werden und die Zuflucht unter dem Schatten Ägyptens zur Schmach denn ihre Fürsten sind in Zoo angewesen und ihre Boten bis nach Hanes gekommen aber sie müssen doch alle zu Schanden werden wegen eines Volkes das ihnen nichts nützt das ihnen weder Hilfe noch Vorteil bringt sondern Schande und Spott die Last über die Tiere des Südens durch ein bedrängtes und geängstigtes Land woher die Löwin kommt und der Löwe die Otter und der fliegende Drache schleppen sie auf dem Rücken der Esel ihren Reichtum und auf dem Höcker der Kamele ihre Schätze zu einem Volk das nichts nützt denn Ägypten ist nichtig und hilft gar nichts darum habe ich es genannt das still sitzende Ungetüm geh du nun hin und schreibe ihnen das auf eine Tafel und verzeichne es in ein Buch und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag für immer bis in Ewigkeit nämlich es ist ein widerspenstiges Volk lügenhafte Söhne Söhne die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen die zu den Sehern sagen ihr sollt nicht sehen und zu den Schauenden schaut uns nicht das Richtige sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen verlasst den Weg biegt ab von dem Pfad lasst uns mit dem heiligen Israels in Ruhe darum so spricht der heilige Israels weil ihr dieses Wort verwerft und euch auf Gewalttätigkeit und Verdrehung verlasst und euch darauf stützt darum wird euch diese Sünde sein wie ein Bruchstück das herunterfallen will das heraustritt aus einer hohen Mauer die plötzlich unversehens einstürzt und er wird sie zerbrechen wie man ein Töpfer Geschirr zerbricht das schonungslos in Stücke geschlagen wird so daß man unter seinen Stücken nicht eine Scherbe findet mit der man Glut vom Herd holen oder Wasser aus einem Tümpel schöpfen könnte denn so spricht Gott der Herr der heilige Israels durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke aber ihr habt nicht gewollt sondern ihr sagt nein wir wollen auf Rossen dahin fliegen darum werdet ihr auch dahin fliehen wir wollen schnell davon reiten darum werden eure Verfolger noch schneller sein tausend von euch werden fliehen vor dem Drohen eines einzigen ja wenn euch fünf bedrohen so werdet ihr alle fliehen bis euer Überrest geworden ist wie ein Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf einem Hügel darum wartet der Herr damit er euch begnadigen kann und darum ist er hoch erhaben damit er sich über euch erbarmen kann denn der Herr ist ein Gott des Rechts wohl allen die auf ihn harren denn du Volk das in Zion wohnen wird in Jerusalem du sollst nicht mehr weinen er wird dir gewiß Gnade erweisen wenn du um Hilfe rufst sobald er es hört antwortet er dir der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen und deine Ohren werden das Wort hören das hinter dir her so spricht dies ist der Weg den geht wenn ihr zur rechten oder zur linken abbiegen wollt und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen hinaus und er wird Regen spenden für deine Saat mit der du den Acker besäst so daß das Brotgetreide der Ertrag des Ackers saftig und nahrhaft wird dein Vieh wird zu jener Zeit auf weiter Aue weiden die Rinder und Esel die das Feld bearbeiten werden gesalzenes Mengfutter fressen das mit der Worfschaufel und mit der Gabel geworfelt ist großen Schlacht wenn die Türme fallen werden und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen das Licht der Sonne aber wird siebenmal stärker sein wie das Licht von sieben Tagen an dem Tag da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die ihm geschlagene Wunde heilen wird siehe der Name des Herrn kommt von ferne sein Zorn brennt mächtiger Rauch steigt auf verzehrendes Feuer und sein Atem ist wie ein überschwemmender Wasserstrom der bis an den Hals reicht daß er die Nichtigkeit der Heiden durch das Sieb erweise und an die Kinnbacken der Völker den irreführenden Zaum lege ihr aber werdet singen wie in der Nacht da man sich für ein Fest heiligt und ihr werdet von Herzen fröhlich sein wie die welche unter Flötenspiel hinaufziehen um auf den Berg des Herrn zu kommen zu dem Fels Israels der Herr wird seine majestätische Stimme hören lassen und seinen niederfahrenden Arm sehen lassen mit Zornes Brausen und verzehrenden Feuerflammen Wolkenbruch Platzregen und Hagelsteinen da wird der Assyrer von der Stimme des Herrn zerschmettert werden wenn er ihn mit der Rute schlägt und jeder hieb des für ihn bestimmten Stockes den der Herr auf ihn herabsausen lässt wird unter Pauken und Harfenspiel erfolgen und in Kämpfen mit geschwungenem Arm wird er gegen ihn angehen denn die Feuerstelle ist längst bereit auch für den König ist sie hergerichtet man hat ihren Scheiterhaufen tief und weit gemacht Feuer und Holz ist genug vorhanden wie ein Schwefelstrom wird der Atem des Herrn ihn anzünden Kapitel 31 wehe denen die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen weil es so viele sind und auf Reiter weil sie sehr stark sind aber auf den heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen aber auch er ist weise und führt Unheil herbei und er nimmt seine Worte nicht zurück sondern er steht auf gegen das Haus der Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist der Herr braucht nur seine Hand auszustrecken so wird der Helfer straucheln und der dem geholfen werden sollte wird fallen so dass sie alle miteinander umkommen denn so hat der Herr zu mir gesprochen wie der Löwe und der junge Löwe über seiner Beute knurrt wenn man gegen ihn die ganze Menge der Hirten zusammen ruft und vor ihrem Geschrei nicht erschrickt noch vor ihrer Menge sich duckt so wird auch der Herr der Heerscharen herabkommen um auf dem Berg Zion und auf dessen Höhe zu kämpfen wie flatternde Vögel ihre Jungen so wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschützen beschirmen und retten verschonen und befreien kehrt um ihr Kinder Israels zu ihm von dem ihr so weit abgewichen seid denn an jenem Tag wird jedermann seine silbernen und goldenen Götzen wegwerfen die eure Hände gemacht haben so dass es euch zur Sünde wurde und der Assyrer wird fallen durchs Schwert doch nicht das eines Mannes ein Schwert wird ihn fressen aber nicht das eines Menschen und er wird vor dem Schwert fliehen und seine jungen Krieger sollen zu Zwangsarbeitern werden sein Fels wird vor Furcht vergehen und seine Fürsten werden vor dem Kriegsbanner erschrecken spricht der Herr der in Zion sein Feuer hat und in Jerusalem seinen Feuer herrt Kapitel 32 Siehe ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter wie Wasser Bäche in einer Dürren Gegend wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen und die Zunge der Stammelnden wird geläufig und verständlich reden Der gemeine Mensch wird dann nicht mehr ein Edler heißen und der Betrüger wird nicht mehr vornehm genannt werden denn der gemeine Mensch redet Gemeinheit und sein Herz bereitet Böses vor indem er ruchlos handelt und irreführendes ausspricht über den Herrn indem er die hungrige Seele leer läßt und dem Durstigen das Trinken verwirrt und der Betrüger wendet schlimme Mittel an er hat böse Anschläge im Sinn um die elenden durch erlogene reden zugrunde zu richten auch wenn der arme sein recht beweist aber der edle hat edles im sinn und er steht auch zu dem was edel ist kommt ihr unbekümmerten Frauen hört auf meine denn aus ist mit der Weinlese und die Obsternte wird nicht kommen erschreckt ihr unbekümmerten und erzittert ihr sorglosen entblößt euch zieht euch aus und legt Sacktuch um die Lenden sie werden sich an die Brust schlagen wegen der lieblichen Felder wegen des fruchtbaren Weinstocks wegen der Äcker meines Volkes die in Dornen und Disteln aufgehen ja wegen all der Häuser voll Freuden in der fröhlichen Stadt denn der Palast ist aufgegeben und die lärmende Stadt verlassen Ophel und Wachturm sollen zu Höhlen werden für immer eine Wonne für den Wildesel eine Weide für die Herden so lange bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird dann wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden und das Recht wird sich in der Wüste niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten aber hageln muß es zuvor daß der Wald zusammenbricht und die Stadt tief erniedrigt wird wohl euch die ihr an allen Wassern säht und eure Rinder und Esel frei umherschweifen laßt Kapitel 33 Wehe dir du Verwüster der doch selbst nicht verwüstet worden ist du Räuber den man doch nicht beraubt hat wenn du dein Verwüsten vollendet hast sollst auch du verwüstet werden wenn du deinen Raub erlangt hast wird man dich berauben her sei uns gnädig wir hoffen auf dich sei du jeden morgen unser arm ja sei du unsere rettung zur zeit der drangsal die völker werden fliehen vor dem donnernden tosen und die heiden werden sich zerstreuen wenn du dich erhebst da wird man eure beute weggraffen wie die heuschrecken weggraffen wie die käfer rennen so rennt man darauf los der herr ist erhaben ja er wohnt in der höhe er hat zion mit recht und gerechtigkeit erfüllt und du wirst sichere zeiten haben eine fülle von heil weisheit und erkenntnis die furcht des herrn die wird zions schatz sein siehe ihre helden schreien draußen die friedensboten weinen bitterlich die straßen sind verödet der wanderer zieht nicht hindurch man hat den bund gebrochen die städte misshandelt den sterblichen verachtet das land trauert es schwindet dahin der libanon schämt sich er welkt dahin saron ist einer wüste gleich bashan und carmel schütteln ihr laub ab nun will ich mich aufmachen spricht der herr jetzt will ich mich erheben jetzt will ich mich aufrichten ihr geht schwanger mit heu ihr werdet stroh gebären ihr blast ein feuer an das euch selbst verzehren wird die völker sollen zu kalk verbrannt werden wie abgehauene dornen sollen sie im feuer verbrennen hört ihr fernen was ich tue und ihr nahen erkennt meine stärke die sünder in zion sind erschrocken zittern hat die heuchler ergriffen wer von uns kann bei einem verzehrenden feuer wohnen wer von uns kann bei der ewigen glut bleiben wer in gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet wer es verschmäht durch bedrückung gewinn zu machen wer sich mit seinen händen wehrt ein bestechungsgeschenk anzunehmen wer seine ohren verstopft um nicht von blut vergießen zu hören wer seine augen verschließt um böses nicht mit anzusehen der wird auf höhen wohnen felsenfesten sind seine burg sein brot wird ihm gegeben sein wasser versiegt nie deine augen werden den könig in seiner schönheit schauen du wirst das land erweitert sehen dein herz wird an die schreckens zeit zurückdenken wo ist nun der den tribut zählte wo der das gold abwog wo der die türme zählte da wirst du das freche volk nicht mehr sehen das volk mit der dunklen rede die man nicht verstehen kann mit der stammelnden sprache ohne sinn schaue zion an die stadt unserer festversammlungen deine augen werden jerusalem sehen als eine sichere wohnstätte als ein zelt das nicht mehr wandert dessen pflöcke nie mehr herausgezogen werden und von dessen seilen keines je losgerissen wird denn dort wird der herr in seiner majestät bei uns sein an einem ort der flüsse der breiten ströme gegen ihn wird keine ruderflotte kommen und kein mächtiges schiff sich herüber wagen denn der herr ist unser richter der herr ist unser gesetzgeber der herr ist unser könig er wird uns retten deine taue sind locker geworden daß sie weder ihren mastbaum festhalten noch das segel ausbreiten können dann wird raub in menge ausgeteilt werden so daß auch die lahmen beute machen und kein einwohner wird sagen ich bin schwach dem volk das darin wohnt wird die sünde vergeben sein kapitel 34 kommt herzu ihr heiden um zu hören und ihr völker horcht auf es höre die erde und was sie erfüllt der erd kreis und alles was ihm entsprost denn der herr ist zornig über alle heiden völker und ergrimmt über ihr ganzes heer er hat über ihnen den bann verhängt und sie zur schlachtung dahing gegeben ihre erschlagenen sollen hingeworfen werden und der gestank ihrer leichname aufsteigen und die berge werden von ihrem blut triefen das gesamte heer des himmels wird vergehen und die himmel werden zusammengerollt wie eine buchrolle und all ihr heer wird herabfallen wie das laub am weinstock herabfällt und wie die verdorrte frucht des feigen baums denn mein schwert ist trunken geworden im himmel siehe es wird herabfahren auf edom zum gericht über das volk das ich mit dem bann belegt habe das schwert des herrn ist voll blut es trieft von fett vom blut der da werden die büffel mit ihnen fallen und die jungstiere mit den starken stieren ihr land wird mit blut getränkt und ihr boden mit fett gedüngt denn es ist ein tag der rache des herrn ein jahr der vergeltung für die sache zions da sollen edoms bäche in pech verwandelt werden und ihr staub in schwefel ja ihr land wird zu brennendem pech und der pelikan und der igel werden es einnehmen und die eule und der rabe werden darin wohnen die mess schnur der verwüstung wird er darüber spannen und das richt blei der verödung von ihrem alten adel wird keiner mehr da sein um das königtum auszurufen und alle ihre fürsten sind dahin in ihren palästen werden dornen wachsen Nesseln und disteln in ihren befestigten städten sie werden den schakalen zur wohnung dienen zum gehege den straußen wüstentiere und schakale werden einander begegnen und ein ziegenbock dem anderen zurufen ja dort wird die lilith sich niederlassen und eine ruhestätte für sich finden dort wird die pfeilschlange nisten und eier legen sie ausbrüten und ihre jungen sammeln unter ihrem schatten dort werden auch die geier buch des herrn und lest es nicht eines von alledem wird fehlen zu keinem wort wird man die erfüllung vermissen denn mein mund ist der es befohlen und sein geist ist der sie gesammelt hat und er selbst hat ihnen das los geworfen und seine hand hat es ihnen mit der mess schnur zugeteilt sie werden es ewig besitzen und darin wohnen von geschlecht zu geschlecht kapitel 35 die wüste und ein öde wird sich freuen und die steppe wird frohlocken und blühen wie ein narzissen fällt sie wird lieblich blühen und frohlocken ja es wird frohlocken und jubel geben denn die herrlichkeit des libanon wird ihr gegeben die pracht des karmel und der saron ebene sie werden die herrlichkeit des herrn sehen die pracht unseres gottes stärkt die schlaff gewordenen hände und macht fest die strauchelnden knie sagt zu denen die ein verzagtes herz haben seid tapfer und fürchtet euch nicht seht da ist euer gott die rache kommt die vergeltung gottes er selbst kommt und wird euch retten dann werden die augen der blinden aufgetan und die ohren der tauben geöffnet werden dann wird der lahme springen wie ein hirsch und die zunge des stummen lobsingen denn es werden wasser in der wüste hervorbrechen und ströme in der einöde der glutheiße Boden wird zum teich und das dürre land zu wasser quellen wo zuvor die schakale wohnten und lagerten wird ein gehege für rohr und schilf sein und eine straße wird dort sein und ein weg man wird ihn den heiligen weg nennen kein unreiner wird auf ihm gehen sondern er ist für sie die auf dem weg wandeln selbst einfältige werden nicht irre gehen dort wird es keinen löwen geben und kein raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden sondern die losgekauften werden darauf gehen und die erlösten des herrn werden zurückkehren und nach zion kommen mit jauchzen ewige freude wird über ihrem haupt sein wonne und freude werden sie erlangen aber kummer und seufzen werden entfliehen kapitel 36 und es geschah im vierzehnten jahr des königs hiskiah da zog sanherib der könig von assyrien gegen alle festen städte judas herauf und nahm sie ein und der könig von assyrien sandte den rapschake mit einer großen heeresmacht von lachis nach jerusalem gegen den könig hiskiah und der rapschake stellte sich bei der wasserleitung des oberen teiches an der straße des walkerfeldes auf da gingen zu ihm hinaus el yakim der sohn hilkias der über den palast gesetzt war und schepner der schreiber und joach der sohn asafs der kanzleischreiber und der rapschake sprach zu ihnen sag doch dem hiskiah so spricht der große könig der könig von assyrien was ist das für eine stütze auf die du vertraust ich erkläre es für leeres geschwätz wenn du sagst du hättest rat und macht zum krieg auf wen vertraust du denn daß du dich gegen mich aufgelehnt hast siehe hand fährt und sie durchbohrt so ist der pharao der könig von ägypten für alle die auf ihn vertrauen wenn du aber zu mir sagen wolltest wir vertrauen auf den herrn unseren gott ist das nicht der dessen höhen und altäre hiskiah beseitigt hat indem er zu juda und jerusalem sagte nur vor diesem altar sollt ihr anbeten laß dich doch jetzt einmal ein mit meinem herrn dem könig von assyrien ich will dir 2000 pferde geben wenn du die reiter dazu stellen kannst wie wolltest du denn einem der geringsten statthalter von den knechten meines herrn widerstehen doch du vertraust ja auf ägypten wegen der streitwagen und reiter nun aber bin ich etwa ohne den befehl des herrn gegen dieses land herauf gezogen um es zu verderben der herr selbst hat zu mir gesprochen ziehe hinauf in dieses land und verderbe es da sprachen eljakim schebner und joach zu dem rabschake rede doch mit deinen knechten aramäisch denn wir verstehen es und rede nicht judäisch mit uns vor den ohren des volkes das auf der mauer ist da antwortete der rabschake hat mich denn mein herr zu deinem herrn oder zu dir gesandt damit ich diese worte rede und nicht vielmehr zu den männern die auf der mauer sitzen um mit euch ihren kot zu essen und ihren harren zu trinken und der rabschake trat vor und rief mit lauter stimme auf judäisch und sprach hört die worte des großen königs des königs von assyrien so spricht der könig laßt euch von hiskiah nicht verführen denn er kann euch nicht erretten laßt euch von hiskiah auch nicht auf den herrn vertrösten wenn er sagt der herr wird uns gewiß erretten und diese stadt wird nicht in die hand des königs von assyrien gegeben werden hört nicht auf hiskiah denn so spricht der könig von assyrien macht frieden mit mir und kommt zu mir heraus so soll jedermann von seinem weinstock und von seinem feigenbaum essen und das wasser seines brunnens trinken bis ich komme und euch in ein land führe das eurem land gleich ist ein land voll korn und most ein land voll brot und weinbergen laßt euch von hiskiah nicht verführen wenn er spricht der herr wird uns erretten hat etwa irgendeiner von den göttern der heidenvölker sein land wo sind die götter von sefar vayim haben sie etwa samaria aus meiner hand errettet wen gibt es unter allen göttern dieser länder der sein land aus meiner hand errettet hätte daß der herr jerusalem aus meiner hand erretten sollte sie schwiegen aber still und antworteten ihm nicht ein wort denn der könig hatte das gebot erlassen und gesagt antwortet ihm nichts darauf kamen Eliakim und Schebner der schreiber und Joach der sohn asafs der kanzleischreiber mit zerrissenen kleidern zu hiskia und berichteten ihm die worte des rapschake kapitel 37 und es geschah als der könig hiskia dies hörte da zerriß er seine kleider hüllte sich in sack tuch und ging in das haus des herrn und er sandte Eliakim der über den palast gesetzt war und schebner den schreiber samt den ältesten der priester in sack tuch gehüllt zu dem propheten jesaja dem sohn des arm und sie sprachen zu ihm so spricht hiskia das ist ein tag der not und der züchtigung und ein tag der schmach denn die kinder sind bis zum durchbruch gekommen aber da ist keine kraft zum gebären vielleicht wird der herr dein gott die worte des rabschak gehören den sein herr der könig von assyrien gesandt hat um den lebendigen gott zu verhöhnen und wird die worte bestrafen die der herr dein gott gehört hat so lege doch für bitte ein für den überrest der noch vorhanden ist als nun die knechte des königs hiskia zu jesaja kamen da sprach jesaja zu ihnen so sollt ihr zu eurem herrn sprechen so spricht der herr fürchte dich nicht vor den worten die du gehört hast mit denen die knechte des königs von assyrien mich gelästert haben siehe ich will ihm einen geist eingeben daß er ein gerücht hören und wieder in sein land ziehen wird und ich will ihn in seinem land durch das schwert fällen als nun der rapschake zurückkehrte fand er den könig von assyrien im kampf gegen Libna denn er hatte gehört daß er von laches abgezogen war da hörte sanherib von tierhaka dem könig von kusch sagen er ist ausgezogen um gegen dich zu kämpfen als er das hörte sandte er boten zu hiskia und sprach so sollt ihr zu hiskia dem könig von juda sprechen laß dich von deinem gott auf den du vertraust nicht verführen indem du sprichst Jerusalem wird nicht in die hand des königs von assyrien gegeben werden siehe du hast gehört was die könige von assyrien allen ländern angetan haben wie sie den bann an ihnen vollstreckt haben und du solltest errett werden siehe du hast gehört was die könige von assyrien allen Ländern angetan haben und du solltest errettet werden haben die götter der heiden völker etwa die errettet welche meine Väter vernichtet haben, nämlich Gosan, Haran, Rezef und die Söhne Edens, die in Telassa waren. Wo ist der König von Hamad und der König von Arpad und der König der Stadt Sephahim von Hena und Iva? Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn, und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, »O Herr der Heerscharen, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre, tue deine Augen auf, o Herr, und sieh, ja, höre alle Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Länder der Heidenvölker und ihr Gebiet verwüstet, und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, daß du der Herr bist, du allein.« Da sandte Jesaja, der Sohn des Amots, zu Hiskia und ließ ihm sagen, »So spricht der Herr, der Gott Israels. Was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast, nun dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. Es verachtet dich, es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, schüttelt das Haupt über dich. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den heiligen Israels. Du hast durch deine Knechte den Herrn verhöhnt und gesagt, »Mit der Menge meiner Streitwagen bin ich auf die Gipfel der Berge gestiegen, auf das äußerste Ende des Libanon, und ich will seine hohen Zedernbäume abhauen und seine Auserlesenen zu pressen und will auf seine äußerste Höhe kommen, in den Wald seines Lustgartens. Ich habe Wasser gegraben und ausgetrunken und trockne mit meinen Fußsohlen alle Ströme Ägyptens aus. Hast du aber nicht gehört, daß ich dies längst vorbereitet und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe? Nun aber habe ich es kommen lassen, daß du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast, und ihre Einwohner waren machtlos. Sie erschraken und wurden zu Schanden, sie wurden wie das Gras auf dem Feld und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern und wie Korn, das versenkt wurde, ehe es aufgeschossen ist. Ich weiß um deinen Wohnsitz und um dein Aus- und Einziehen und daß du gegen mich tobst. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut mir zu Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul, und ich will dich auf dem Weg wieder zurückführen, auf dem du gekommen bist. Und das soll dir zum Zeichen sein. In diesem Jahr werdet ihr Brachwuchs essen und im zweiten Jahr was von selbst wachsen wird, im dritten Jahr aber sollt ihr säen und ernten und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen. Und was vom Haus Judah entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion, der Eifer des Herrn der Heerscharen, wird dies tun. Darum, so spricht der Herr über den König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren, aber in diese Stadt soll er nicht eindringen. Der Herr sagt es. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und der Engel des Herrn ging aus und erschlug im Lager der Assyrer einhundertfünfundachtzigtausend Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Da brach Sanherib der König von Assyrien auf und zog fort, und er kehrte heim und blieb in Ninive. Und es geschah, als er im Haus seines Gottes Nisroch anbetete, da erschlugen ihn seine Söhne Adramelech und Sahetzer mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Esarhaddon wurde König an seiner Stelle. Kapitel 38 In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, zu ihm und sprach zu ihm, »So spricht der Herr. Bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben.« Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn. Und er sprach, »Ach, Herr, gedenke doch daran, daß ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen.« Und Hiskia weinte sehr. Da erging das Wort des Herrn folgendermaßen an Jesaja, »Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, »Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will zu deinen Lebenstagen noch fünfzehn Jahre hinzufügen, und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten, und ich will diese Stadt beschirmen.« »Und das sei dir das Zeichen von dem Herrn, daß der Herr das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat. Siehe, ich lasse den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas um zehn Stufen zurückkehren, nämlich um so viel, wie die Sonne ihn bereits an der Sonnenuhr hatte abwärts gehen lassen. So ging die Sonne an der Sonnenuhr um zehn Stufen zurück, die sie abwärts gegangen war.« Eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Judah, als er krank gewesen und von seiner Krankheit wieder genesen war. Ich sprach, »In meinen besten Jahren muß ich zu den Toren des Totenreiches eingehen, ich bin des Rests meiner Jahre beraubt.« Ich sprach, »Ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr erblicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben, wie ein Weber, er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir.« Ich lag da bis zum Morgen und dachte, »Einem Löwen gleich, so wird er mir alle meine Gebeine zermalmen. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir.« Ich zwitscherte wie eine Schwalbe, wie eine Drossel und gurrte wie eine Taube. Meine Augen blickten schmachtend zur Höhe. »Ach, Herr, ich bin bedrängt, tritt als Bürger für mich ein.« Was anderes sollte ich sagen? Er aber redete zu mir und führte es auch aus. »Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele.« O Herr, dadurch lebt man und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Denn das Totenreich kann dich nicht loben, noch der Tod dich preisen, und die in die Grube fahren, können nicht auf deine Treue hoffen, sondern der Lebendige. Ja, der Lebendige lobt dich, wie ich es heute tue. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Herr, dafür, daß du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Seitenspiel erklingen lassen im Haus des Herrn. Denn Jesaja hatte gesagt, man bringe eine Feigenmasse und streiche sie ihm als Salbe auf das Geschwür, so wird er gesund werden. Da hatte Hiskia gefragt, welches ist das Zeichen, daß ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde. Kapitel 39 Zu jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, daß er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, daß Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Er aber fragte, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn der Hirscharen, siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Da sprach Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Denn, sprach er, es wird jedoch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Kapitel 40 Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, daß ihr Frohendienst vollendet, daß ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Stäten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen, die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefaßt? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, daß der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, daß er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm, sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wißt ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren, und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, daß nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden. Kapitel 41 Hört mir schweigend zu, ihr Inseln, und die Völker mögen neue Kraft gewinnen. Sie sollen herzukommen, dann mögen sie reden, wir wollen zusammenkommen, um miteinander zu rechten. Wer hat vom Aufgang her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet, auf Schritt und Tritt? Wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Er macht sie wie Staub vor seinem Schwert, wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Er verfolgt sie, zieht wohlbehalten einen Weg, den er mit seinen Füßen nie zuvor betrat. Wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich, der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe. Die Inseln schauen und schaudern, die Enden der Welt erschrecken, sie nähern sich und kommen herzu. Da hilft einer dem anderen und spricht zu seinem Bruder, sei getrost, Der Künstler ermutigt den Goldschmied, der, welcher mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf den Amboß schlägt, indem er von der Lötung sagt, sie ist gut, und er befestigt es mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe, und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Du wirst sie suchen, aber nicht finden, die Leute, die mit dir streiten. Wie nichts und gar nichts werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharf schneidenden Dreschwagen mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie worfeln und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du aber wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des heiligen Israels rühmen. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste. Ich pflanze Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander in der Steppe. Damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen, und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht, dass der heilige Israels es geschaffen hat. Bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Schafft eure stärksten Beweisgründe herbei, spricht der Gott Jakobs. Sie mögen sie herbeischaffen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das frühere, was ist es? Verkündet es, so wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen. Oder laßt uns hören, und was kommen wird. Verkündet, was künftig geschehen wird, so werden wir erkennen, daß ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Gutes oder Böses, so werden wir uns verwundert anschauen und es miteinander betrachten. Siehe, ihr seid gar nichts, und euer Ton ist nichtig, ein Gräuel, wer euch erwählt. Ich habe einen von Norden her erweckt, und er ist von Sonnenaufgang her gekommen, einer, der meinen Namen anruft. Er wird über Fürsten kommen wie über Lehm und wird sie zertreten wie ein Töpfer den Ton. Wer hat das von Anbeginn verkündigt, daß wir es wüßten, und wer im Voraus, daß wir sagen könnten, er hat Recht? Aber da ist ja keiner, der es verkündete, ja, keiner, der es hören ließe, ja, niemand, der Worte von euch vernehme. Ich habe als erster zu Zion gesagt, seht, seht, da sind sie, und Jerusalem gebe ich einen Freudenboten. Denn ich sehe mich um, aber da ist niemand, und unter diesen ist kein Ratgeber, den ich fragen könnte und der mir Antwort gäbe. Siehe, sie sind alle trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind ein leerer Wahn. Kapitel 42 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln, ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand, und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, daß du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Singt dem Herrn ein neues Lied, besingt seinen Ruhm vom Ende der Erde, die er das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und ihre Bewohner. Die Steppe mit ihren Städten soll ihre Stimme erheben, die Dörfer, in denen Kedar wohnt. Die Bewohner von Sela sollen frohlocken und von den hohen Bergen herabjauchzen. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Der Herr wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann den Eifer anfachen. Er wird einen Schlachtruf, ja, ein Kriegsgeschrei erheben. Er wird sich gegen seine Feinde als Held erweisen. Sehr lange habe ich geschwiegen, bin still gewesen und habe mich zurückgehalten. Aber jetzt will ich schreien wie eine Gebärende und schnauben und schnaufen zugleich. Ich will Berge und Hügel öde machen und all ihr Gras verdorren lassen. Ich will Wasserflüsse in Inseln verwandeln und Seen austrocknen. Ich will die Blinden auf einem Weg führen, den sie nicht kennen und auf Pfaden leiten, die ihnen unbekannt sind. Ich werde die Finsternis vor ihnen zum Licht machen und das Hügelige zur Ebene. Diese Worte werde ich erfüllen und nicht davonlassen. Es sollen zurückweichen und tief beschämt werden, die auf Götzen vertrauen und zu gegossenen Bildern sagen, ihr seid unsere Götter. Hört ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht oder so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren hat er aufgetan und doch nicht gehört. Es gefiel dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind alle in Löchern gefangen und in Gefängnissen versteckt. Sie wurden zum Raub und niemand rettet. Sie wurden zur Beute und niemand sagt, gib sie wieder heraus. Wer ist aber unter euch, der auf dieses hört, der Acht gibt und es künftig beachtet? Wer übergab Jakob zum Raub und Israel den Plünderern? Ist's nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und seinem Gesetz waren sie nicht gehorsam. Darum hat er über ihnen die Glut seines Zorns ausgegossen und die Gewalt des Krieges und seine Zornglut hat ihn überall angezündet, aber er ist nicht zur Erkenntnis gekommen und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nimmt es nicht zu Herzen. Kapitel 43 Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet, und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten her führen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Bringe hervor das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen, dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, daß ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? So spricht der Herr, euer Erlöser, der heilige Israels, um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt, auch die Kaldäer in den Schiffen ihrer Jubelrufe. Ich, der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht, da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen, wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene, siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es hervor, solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Außerwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen, noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopferschafe nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern, ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Erinnere mich, wir wollen miteinander rechten. Zähle doch auf, womit du dich rechtfertigen willst. Dein erster Vater hat gesündigt und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen. Darum habe ich die Vorsteher des Heiligtums entweiht und Jakob dem Bann preisgegeben und Israel den Schmähungen. Kapitel 44 So höre nun, mein Knecht Jakob, und du, Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleib angebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeshurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels, ich weiß keinen. Alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, so daß sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Siehe, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zu Schanden, und seine Werkmeister sind auch nur Menschen. Mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen, sie müssen doch erschrecken und miteinander zu Schanden werden. Der Kunstschmied hat einen Meißel und arbeitet in der Glut und bildet es mit Hämmern und fertigt es mit der Kraft seines Armes. Dabei leidet er Hunger, bis er kraftlos wird und trinkt kein Wasser, bis er ermattet ist. Der Holzschnitzer spannt die Messschnur aus, er zeichnet es ab mit dem Stift, bearbeitet es mit Schnitzmessern und umreißt es mit dem Zirkel, und er macht es nach dem Bildnis eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Haus wohne. Man fällt sich zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff, und er nimmt davon und wärmt sich damit, er heizt ein, um damit Brot zu backen, davon macht er auch einen Gott und betet ihn an, er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davor nieder. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er Fleisch, er brät einen Braten und sättigt sich, er wärmt sich auch daran und spricht, ah, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht er einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, daß sie nichts sehen und ihre Herzen, daß sie nichts verstehen. Keiner nimmt es sich zu Herzen, da ist weder Einsicht noch Verstand, daß man bei sich sagte, ich habe den einen Teil mit Feuer verbrannt und über seiner Glut Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen und aus dem Übrigen sollte ich nun einen Gräuel machen? Sollte ich vor einem Holzklotz niederfallen? Wer der Asche nachgeht, den hat ein betrogenes Herz verführt, er rettet seine Seele nicht und denkt nicht, es ist ja Betrug in meiner Rechten. Bedenke dies, Jakob, und du, Israel, denn du bist mein Knecht, ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht, o Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke, kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Frohlockt ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht, jauchzt ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus ihr Berge und Wälder samt allen Bäumen, die darin sind, denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. So spricht der Herr dein Erlöser, der dich von Mutterleib angebildet hat, ich bin der Herr, der alles vollbringt, ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein und die Erde ausgebreitet durch mich selbst, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der aber das Wort seines Knechtes bestätigt und den Ratschluß ausführt, den seine Boten verkündeten, der zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt und zu den Städten Judas werdet wieder gebaut und ihre Trümmer richte ich wieder auf, der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme werde ich trockenlegen, der von Kyrus spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Kapitel 45 So spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen, ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs meines Knechtes und Israels meines außerwählten Willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, daß gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Träufelt ihr Himmel von oben herab und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und es sprosse heil hervor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unterirdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände? Wehe dem, der zum Vater spricht, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebierst du? So spricht der Herr, der heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befragt mich, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Heer. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und will alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen, und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr der Hirschach. So hat der Herr gesprochen, der Erwerb Ägyptens und der Gewinn Kusch und die Sabea, Leute von hohem Wuchs, werden zu dir hinüberkommen und dir gehören. Dir werden sie nachfolgen und in Fesseln gehen. Vor dir werden sie niederfallen und zu dir flehen. Nur bei dir ist Gott und sonst gibt es gar keinen anderen Gott. Fürwahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott Israels, du Erretter. Es sollen beschämt und zu Schanden werden, es sollen sich allesamt mit Schande davon machen, die Götzen anfertigen. Israel aber wird durch den Herrn errettet, mit einer ewigen Errettung. Ihr sollt nicht beschämt noch zu Schanden werden in alle Ewigkeiten. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel, er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Ich habe nicht im Verborgenen geredet, in einem dunklen Winkel der Erde. Ich habe zu dem Samen Jakobs nicht gesagt, sucht mich vergeblich. Ich, der Herr, rede, was recht ist und verkündige, was richtig ist. Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Verkündet's, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang her angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter, außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Kapitel 46 Beel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen, ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden, eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten, sie selbst mußten in die Gefangenschaft gehen. Hört auf mich, O du Haus Jakob und der ganze Überrest vom Haus Israel. Ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an von mir getragen worden seid, bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, daß wir uns gleichen sollten? Da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab, sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Sie nehmen ihn auf ihre Schulter, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht, er rettet niemand aus seiner Not. Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, daß ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluß soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Kapitel 47 Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde ohne Thron, du Tochter der Kaldäer, denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und Verzertelte nennen. Nimm die Mühle hervor und male Mehl, nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe auf, entblöße die Schenkel, warte durch die Flüsse. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden, ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Unser Erlöser, sein Name ist Herr der Heerscharen, der Heilige Israels. Setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Kaldäer, denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Ich war über mein Volk so erzürnt, daß ich mein Erbteil entweite und in deine Gewalt gab, du aber hast ihnen keine Barmherzigkeit erwiesen, selbst auf den Greis hast du ein schweres Joch gelegt. Und du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein und hast dir dies nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was danach kommen würde. Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand, ich werde nicht als Witwe dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick an einem Tag. Die Kinder werden dir geraubt und Witwe wirst du sein. Mit großer Macht werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Denn du vertrautest auf deine Bosheit und sprachst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt, daß du bei dir selbst gedacht hast, ich bin's und sonst niemand. Darum wird ein Unglück über dich kommen, daß du nicht wegzaubern kannst. Und ein Verderben wird dich überfallen, daß du nicht abzuwenden vermagst. Plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, von der du nichts ahnst. Tritt doch auf mit deinen Beschwörungen und mit der Menge deiner Zaubereien, mit denen du dich abgemüht hast von Jugend auf. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht kannst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So laß sie doch herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, die jeden Neumond ankündigen, was über dich kommen soll. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen erretten, denn es wird keine Kohlenglut sein, an der man sich wärmen, und kein Ofen, an dem man sitzen könnte. So sind die für dich geworden, um die du dich bemüht hast, sie, mit denen du Handel getrieben hast, von Jugend auf. Jeder von ihnen irrt auf seinem eigenen Weg davon, und keiner hilft dir. Kapitel 48 Hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel benannt und aus den Wassern Judas entsprungen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit noch in Gerechtigkeit. Denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt und stützen sich auf den Gott Israels, dessen Name Herr der Heerscharen ist. Das frühere habe ich längst schon verkündigt, aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es bekannt gemacht. Plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. Weil ich wußte, daß du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn ehren ist, so habe ich es dir damals angekündigt, ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest, mein Götze hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Du hast es gehört, betrachte es alles. Wollt ihr es nun nicht eingestehen? Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, was du nicht wußtest. Jetzt erst ist es geschaffen worden und nicht schon früher und vor dem heutigen Tag hast du nichts davon gehört, damit du nicht sagen könntest, siehe, ich habe es gewußt. Du hast es weder gehört noch gewußt, noch war jemals dein Ohr geöffnet, denn ich wußte, daß du völlig treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt worden bist. Um meines Namens Willen bin ich langmütig und um meiner Ehre Willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinet Willen, um meinet Willen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Höre auf mich, Jakob, und du, Israel, mein Berufener, ich bin es, ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen zurufe, stehen sie allesamt da. Versammelt euch, ihr alle, und hört, wer unter ihnen hat dies verkündigt? Er, den der Herr lieb hat, er wird sein Wohlgefallen an Babel vollstrecken und die Chaldea seinen Arm fühlen lassen. Ich selbst habe es gesagt, ich habe ihn auch berufen und ihn hergebracht, und sein Weg wird gelingen. Naht euch zu mir und hört dieses, ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da, und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. So spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Oh, daß du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Dein Same wäre wie der Sand und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körner. Sein Name würde weder ausgerottet noch vertilgt werden vor meinem Angesicht. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldean mit Jubelschall, verkündigt dies, laßt es hören, verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüsten führte, Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen, er spaltete den Fels, da floß Wasser heraus. Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Kapitel 49 Hört auf mich ihr Inseln und gebt acht ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel aber wurde nicht gesammelt und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht, es ist zu gering, daß du mein Knecht bist um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von Jedermann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation, zu dem Knecht der Herrschenden, Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten anbetend niederfallen um des Herrn Willen, der treu ist um des heiligen Israels Willen, der dich auserwählt hat. So spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen und ich will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben, damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz austeilst, damit du zu den Gefangenen sagst, geht hinaus und zu denen in der Finsternis kommt hervor. Sie werden an den Straßen weiden und auf allen kahlen Hügeln ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten, keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden, denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten. Ich werde alle meine Berge zum Weg machen und meine Straßen sollen erhöht werden. Siehe, diese werden von Ferne kommen und jene dort von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim jubelt ihr Himmel und frohlocke du Erde, brecht in Jubel aus ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über seine Elenden. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, daß sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind alle Zeit vor mir, deine Söhne eilen herbei, aber die dich zerstört und verwüstet haben, werden sich davon machen. Erhebe deine Augen ringsumher und sieh, alle diese versammeln sich, sie kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, du wirst sie alle wie einen Schmuck anlegen und wirst sie als Gürtel umbinden, wie eine Braut es tut. Denn dein Land, das öde, verwüstet und zerstört liegt, das wird nun für dich zu eng sein wegen der vielen Bewohner und die dich verschlingen wollten, werden sich entfernen. Und die Söhne, die dir einst geraubt wurden, werden noch vor deinen Ohren sagen, dieser Ort ist mir zu eng, gib mir Raum, daß ich wohnen kann. Dann wirst du bei dir selbst denken, wer hat mir denn diese geboren, mir der kinderlosen und unfruchtbaren, verbannt und verstoßen? Und wer hat mir diese groß gezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben, wo waren denn diese? So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten und sie werden dir deine Söhne im Gewandbausch herbringen und deine Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden. Und Könige sollen deine Wärter sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt und werden den Staub deiner Füße lecken. Und du sollst erkennen, daß ich der Herr bin, die auf mich harren, werden nicht zu schanden werden. Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden und können rechtmäßig Gefangene entfliehen? Ja, so spricht der Herr, auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden und die Beute des Tyrannen soll entfliehen, denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft und ich werde deine Kinder erretten. Ich will deine Bedrücker mit ihrem eigenen Fleisch speisen und sie sollen trunken werden von Herr dein Erretter bin und dein Erlöser der starke Jakobs. Kapitel 50 So spricht der Herr. Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie verstoßen habe? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft worden, und um eurer Übertretungen willen ist eure Mutter verstoßen worden. Warum war kein Mensch da, als ich kam? Antwortete niemand, als ich rief. Ist etwa meine Hand zu kurz, um zu erlösen, oder ist bei mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, mit meinem Schelten trockne ich das Meer aus, ich mache Ströme zur Wüste, daß ihre Fische vor Wassermangel faulen und vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel in Schwarz und bedecke ihn mit Sacktuch. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muß ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wußte, daß ich nicht zu schanden würde. Der mich rechtfertigt ist nahe, wer will mit mir rechten? Laßt uns miteinander hintreten, wer will gegen mich Anklage erheben, er trete her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei, wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Habt aber acht ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet. Geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt. Dieses widerfährt euch von meiner Hand, daß ihr am Ort der Qual liegen müßt. Kapitel Händigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemährt. Denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. So achte nun auf mich mein Volk und ihr meine Leute leid mir eure Ohren, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus und meine werden sie warten. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen, aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Hört auf mich ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du folgt, das mein Gesetz euch nicht vor ihrem Lästern, denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid und die Schabe wird sie fressen wie Wolle. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Wache auf, wache auf, ziehe stärke an, du arm des Herrn, erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt und die Tiefen des Meers zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurch ziehen konnten? So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein, Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, daß du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird, und daß du den Herrn vergißt, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat? Und alle Zeit, den ganzen Tag fürchtest du dich vor dem nun der Grimm des Bedrückers. Der in Ketten gekrümmte wird schnell losgemacht, damit er nicht umkommt in der Grube noch an Brot Mangel leidet. Ich bin ja der Herr dein Gott, der das Meer aufwühlt, daß seine Wellen brausen. Herr der Hirscharen ist sein Name. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich mit dem Schatten meiner Hand bedeckt, um den Erwache, erwache, stehe auf Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast, denn da war niemand, der sie leitete, von allen Söhnen, die sie geboren hat, und niemand, der sie an der Hand führte, von allen Söhnen, die sie großgezogen hat. Dies beides ist dir begegnet, aber wer bezeugt dir Teilnahme? Verheerung und Zerstörung, Hunger und Schwert, wie soll ich dich trösten? Deine Kinder sanken ohnmächtig hin, sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz und waren voll von dem grimmigen Zorn des Herrn und von dem Schelten deines Gottes. Darum höre doch das, Elende, die du trunken bist, aber nicht vom Wein. So spricht dein Herr, der Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, daß du künftig nicht mehr daraus trinken mußt, und ich will ihnen deinen Peinigern in die Hand geben, die zu deiner Seele gesprochen haben, bücke dich, daß wir über dich weg schreiten können, so daß du deinen Rücken der Erde gleich machen mußtest und wie eine Straße für die, die darüber gingen. Kapitel 52 Wache auf, wache auf, ziehe und ziehe deine Stärke an, ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn von nun an wird kein Unbeschnittener noch Unreiner mehr in dich hineinkommen, schüttle den Staub von dir ab, steh auf und setze dich hin, Jerusalem, mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion, denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden, so sollt ihr auch ohne Geld erlöst werden, denn so spricht Gott der Herr, mein Volk ist vor Zeiten nach Ägypten hinab gezogen, um sich dort in der Fremde aufzuhalten und der Assyrer hat sie ohne Ursache bedrückt. Nun aber, was geschieht mir denn hier, spricht der Herr, daß mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird? Seine Beherrscher jauchzen triumphierend, spricht der Herr, und mein Name wird beständig gelästert den ganzen Tag. Darum soll mein Volk meinen Namen kennen lernen, ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, daß ich der bin, welcher spricht, siehe, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freuden boten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen Trümmer Jerusalems freut euch und frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Geht aber nicht hastig davon und eilt nicht wie Flüchtlinge hinweg, denn der Herr zieht vor euch her und der Gott Israels ist eure Nachhut. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Kapitel 53 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelsproß aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es ihn zu Geben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, daß er seine Seele dem Tod preis gegeben hat, und sich unter die Übeltäter zählen ließ, und die Sünde vieler getragen, und für die Übeltäter gebetet hat. Kapitel 54 Freue dich, Unfurchtbare, die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus, spare nicht, spanne deine Seele weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden, schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels, er wird Gott der ganzen Erde wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr deiner Löser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noas, denn wie ich geschworen daß ich nie mehr über dich zornig werden noch dich schelten werde, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr dein Erbarmer. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden, du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk, und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Kapitel 55 Wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und eßt, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen das du nicht kennst und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Such den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden, die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen, statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Kapitel 56 So spricht der Herr Bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, um herbeizukommen und meine Gerechtigkeit um geoffenbart zu werden. Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiß von seinem Volk ausschließen und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten. Kommt alle her, ihr Tiere auf dem Feld, um zu fressen alle ihr Tiere im Wald. Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts, stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können, sie liegen träumend da, schlafen gern, doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben, und sie die Hirten verstehen nicht aufzupassen, sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Kommt her, sagen sie, ich will Wein holen, lasst uns Rauschtrank saufen, und morgen soll es gehen wie heute, ja, noch viel großartiger. Kapitel 57 Der Gerechte kommt um, und kein Mensch nimmt es zu Herzen, und treue Männer werden hinweg gerafft, ohne daß jemand bemerkt, daß der Gerechte vor dem Unglück hinweggenommen wird. Er geht zum Frieden ein, sie ruhen auf ihren Lagern, ein jeder, der gerade Wege ging. Ihr aber kommt hierher, ihr Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure. Über wen wollt ihr euch lustig machen? Gegen wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge heraus strecken? Seid ihr nicht Kinder des Abfalls, ein falscher Same? Ihr erglüht für die Götzen unter jedem grünen Baum, ihr opfert die Kinder in den Bachtälern unter Felsen Klüften. Bei den glatten Steinen des Bachtals ist dein Teil, sie sind dein Los, ihnen hast du auch Trankopfer ausgegossen und Speisopfer dargebracht. Sollte ich mich darüber beruhigen? Du hast dein Lager auf einen hohen und erhabenen Berg bereitet, auch dort bist du hinaufgestiegen und hast Schlachtopfer dargebracht, und hinter Tür und Pfosten hast du dein Andenken gesetzt, denn du hast dich von mir abgewandt, hast dein Bett aufgedeckt, hast es bestiegen und breit gemacht und mit ihnen den Hurenlohn ausgehandelt, du liebtest es bei ihnen zu liegen, bist ihrem Wink gefolgt, du bist mit Öl zum König gezogen und hast reichlich wohlriechende Salben gespendet, du hast deine Boten in die weiteste Ferne geschickt und dich erniedrigt bis zum Totenreich, du bist müde geworden von der Menge deiner Wege, hast aber nicht gesagt, es ist vergeblich, du hast noch Lebensunterhalt gefunden, darum wurdest du nicht matt, vor wem hast du dich so gescheut und gefürchtet, daß du mich verleugnet und an mich nicht mehr gedacht hast und es dir nicht zu Herzen nahmst, habe ich nicht geschwiegen und das seit langer Zeit, aber du willst mich doch nicht fürchten, ich selbst will jetzt deine Gerechtigkeit bekannt machen und deine Machwerke werden dir nichts nützen, wenn du dann schreist, so mögen dich alle deine gesammelten Götzen erretten, aber ein einziger Windstoß wird sie alle davontragen, ein Hauch wird sie wegnehmen, wer aber bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Und er wird sagen, macht Bahn, macht Bahn, ebnet den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke, denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein, denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. Über Israels sündhafte Habgier wurde ich zornig und ich schlug es, verbarg mich und zürnte. Da wandte es sich noch weiter ab auf seinen selbst erwählten Wegen. Seine Wege habe ich gesehen, dennoch will ich es heilen und es leiten und ihm und seinen trauernden mit Tröstungen vergelten, indem ich Frucht der Lippen schaffe. Friede, Friede den fernen und den Nahen spricht der Herr, ja, ich will es heilen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Keinen Frieden spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Kapitel 58 Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schufa-Horn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen, wie ein Volk das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastet, um zu zanken und zu streiten und drein zu schlagen mit gottloser Faust? Ihr fastet gegenwärtig nicht so, daß euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, daß mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, daß ihr ungerechte Fesseln losmacht, daß ihr die Knoten des Joches löst, daß ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, daß du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, daß wenn du einen Entblößten siehst, ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dein Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst schreien und er wird sagen hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlaß leiten und deine Quelle deren Wasser niemals versiegen und die aus dir hervorgehen werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt damit man dort wohnen kann wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst daß du nicht an meinem heiligen Tag das tust was dir gefällt wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehren wird wenn du ihn ehrst so daß du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst noch nichtige Worte redest dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Kapitel 59 Siehe die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch daß er nicht hört denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht eure Lippen reden Lügen und eure Zunge dichtet Verdrehungen keiner erhebt Klage mit Recht und keiner führt eine Rechtssache gemäß der Wahrheit man vertraut auf Nichtiges und redet Unwahres man geht mit Unheil schwanger und gebiert Friefel sie brüten Schlangeneier aus und weben Spinngewebe wer von ihren Eiern ist muß sterben zertritt sie aber jemand so fährt eine Otter heraus ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und mit dem was sie erzeugen kann man sich nicht bedecken denn ihre Werke sind Unheilswerke und Gewalttat ist in ihren Händen ihre Füße laufen zum Bösen und Eilen um unschuldiges Blut zu vergießen sie hegen schlimme Absichten Verwüstung und Zerstörung bezeichnen ihre Bahn den Weg des Friedens kennen sie nicht geht kennt den Frieden darum bleibt das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht wir warten auf das Licht und siehe da Finsternis auf den hellen Tag aber wir wandeln in der Dunkelheit wir tappen an der Wand wie die Blinden wir tappen wie wenn wir keine Augen hätten wir straucheln am hellen Tag wie in der Dämmerung unter Gesunden sind wir wie und gurren wie die Tauben wir warten auf das Recht aber es ist nirgends und auf Rettung aber sie bleibt fern von uns denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns denn unsere Übertretungen sind vor uns und unsere Verschuldungen kennen wir nämlich daß wir treulos waren gegen den Herrn und ihn verleugnet haben und von unserem Gott abgewichen sind daß wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben lügen worte ersonnen und aus unseren herzen hervorgebracht haben so wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang und die Treue wurde vermisst und wer vom Bösen wich mußte sich ausplündern lassen als der Herr dies sah missfiel es ihm daß kein Recht da war er sah auch daß kein Mann vorhanden war und war verwundert daß kein Fürsprecher da war da half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit die unterstützte ihn er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt er legte als Kleidung Rachegewände an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel den Taten entsprechend so wird er vergelten Zorn seinen Widersachern Vergeltung seinen Feinden ja selbst den entfernten Inseln wird er den verdienten Lohn bezahlen dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen und Bekehren spricht der Herr und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen spricht der Herr mein Geist der auf dir ruht und meine Worte die ich in deinen Mund gelegt habe sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen noch aus dem Mund deiner Kinder noch aus dem Mund deiner Kindes Kinder spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit Kapitel 60 Mache dich auf werde Licht Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir Denn siehe Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz der über dir aufgeht hebe deine Augen auf und sie um dich diese alle kommen versammelt zu dir deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden wenn du dies siehst wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen eine Menge Kamele wird dich bedecken dromedare von midian und eva sie alle werden von sabah kommen gold und weihrauch bringen und mit freuden das lob des herrn verkündigen alle schafe von kedar werden sich zu dir versammeln die vidane bayots werden dir zu diensten stehen sie werden als wohlgefälliges opfer auf meinen altar kommen und ich will das Haus meiner Herrlichkeit noch herrlicher machen wer sind die welche gleich einer wolke daher fliegen und wie tauben zu ihren schlägen ja auf mich warten die inseln und die tarsis schiffe kommen zuerst um deine söhne aus der ferne her zu bringen samt ihrem silber und gold für den namen des herrn deines gottes und für den heiligen israels weil er dich herrlich gemacht hat und fremdlinge werden deine mauern bauen und ihre könige dich bedienen denn in meinem zorn habe ich dich geschlagen aber in meiner gnade erbarme ich mich über dich deine tore sollen stets offen stehen und tag und nacht nicht zugeschlossen werden damit der reichtum der heidenvölker herzugebracht und ihre könige herbeigeführt werden können denn das volk und das königreich das dir nicht dienen will wird umkommen und diese Libanon wird zu dir kommen wacholderbäume platanen und zypressen miteinander um den ort meines heiligtums zu schmücken denn den schemel für meine füße will ich herrlich machen und tief gebückt werden die söhne deiner unterdrücker zu dir kommen und alle die dich geschmäht haben werden sich zu deinen fußsohlen niederwerfen und dich statt des herrn nennen zion des heiligen israels dafür daß du verlassen und verhasst gewesen bist so daß niemand dich besuchte will ich dich zum ewigen ruhm machen daß man sich über dich freuen soll von geschlecht zu geschlecht du wirst die milch der heiden saugen und dich an königlichen brüsten nähren so wirst du erfahren daß ich der herr dein er retter bin und dein erlöser der mächtige jakobs statt erz will ich gold herbeibringen und statt eisen silber statt holz aber erz und statt der steine eisen ich will den frieden zu deiner obrigkeit machen und die gerechtigkeit zu deiner verwaltung man wird in deinem land von keiner gewalttat mehr hören noch von verheerung und verwüstung innerhalb deiner grenzen sondern deine mauern sollen heil und deine tore Ruhm genannt werden die sonne wird nicht mehr dein licht sein am tag noch der mond dir als leuchte scheinen sondern der herr wird dir zum ewigen licht werden und dein gott zu deinem glanz deine sonne wird nicht mehr untergehen und dein mond nicht mehr verschwinden denn der herr wird dir zum ewigen licht werden und die tage deiner trauer sollen ein ende haben und dein volk wird aus lauter gerechten bestehen und das land auf ewig besitzen als schößling meiner pflanzung ein werk meiner hände mir zum ruhm der kleinste wird zu tausend werden und der geringste zu einem starken volk ich der herr werde das zu seiner zeit rasch ausführen kapitel 61 der geist des herrn des herrschers ist auf mir weil der herr mich gesalbt hat den armen frohe botschaft zu verkünden er hat mich gesandt zu verbinden die zerbrochenen herzens sind den gefangenen befreiung zu verkünden und öffnung des kerkers den gebundenen um zu verkündigen das angenehme jahr des herrn und den tag der rache unseres gottes und um zu trösten alle trauernden um den trauernden von zion zu verleihen daß ihnen kopfschmuck statt asche gegeben werde freuden öl statt trauer und feierkleider statt eines betrübten geistes daß sie genannt werden bäume der gerechtigkeit eine pflanzung des herrn zu seinem ruhm und sie werden die uralten trümmer aufbauen und wieder aufrichten was vor zeiten zerstört worden ist sie werden die verwüsteten städte erneuern die von geschlecht zu geschlecht in trümmern lagen fremde werden dastehen und euer vieh weiden und ausländer werden eure bauern und eure weingärtner sein ihr aber werdet priester des herrn heißen und man wird euch diener unseres gottes nennen ihr werdet den reichtum der nationen genießen und in ihre herrlichkeit eintreten die erlittene schmach wird euch doppelt vergolten und zum ausgleich für die schande werden sie frohlocken über ihr teil denn sie werden in ihrem land ein doppeltes erbteil erlangen und ewige freude wird ihnen zuteil werden denn ich der herr liebe das recht und hasse frevelhaften raub ich ihren samen unter den heiden kennen und ihre sprösslinge inmitten der völker alle die sie sehen werden anerkennen daß sie ein same sind den der herr gesegnet hat ich freue mich sehr in dem herrn und meine seele ist fröhlich in meinem gott denn er hat mir kleider des heils angezogen mit einem mantel der gerechtigkeit mich bekleidet wie ein bräutigam sich den gewächs hervorbringt und ein garten seinen samen sprossen läßt so wird gott der herr gerechtigkeit und ruhm hervorsprossen lassen vor allen heidenvölkern kapitel 62 um zions willen schweige ich nicht und um jerusalems willen lasse ich nicht ab bis seine gerechtigkeit hervorbricht wie lichtglanz und sein heil wie eine brennende fackel und die heiden werden deine gerechtigkeit sehen und alle könige deine herrlichkeit und du wirst mit einem neuen namen genannt werden den der mund des herrn bestimmen wird und du wirst eine ehrenkrone in der hand des herrn sein und ein königliches diadem in der hand deines gottes man wird dich nicht mehr verlassenen nennen und dein land nicht mehr als wüste bezeichnen sondern man wird dich nennen meine lust an ihr und dein land vermählte denn der herr wird lust an dir haben und dein land wird wieder vermählt sein denn wie ein junger man sich mit einer jungfrau vermählt so werden deine söhne sich mit dir vermählen und wie sich ein bräutigam an seiner braut freut so wird dein gott sich an dir freuen o jerusalem ich habe wächter auf deine mauern gestellt die den ganzen tag und die ganze nacht nicht einen augenblick schweigen sollen die ihr den herrn erinnern sollt gönnt euch keine ruhe und laßt ihm keine ruhe bis er jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum ruhm auf erden setzt der herr hat geschworen bei seiner rechten und bei seinem starken arm ich will dein korn in zukunft nicht mehr deinen feinden zur speise geben und die fremdlinge sollen nicht mehr deinen most trinken um den du dich abgemüht hast sondern die es einsammeln geht hin geht hin durch die tore bereitet dem volk den weg macht bahn macht bahn räumt die steine weg hebt das banner hoch empor über die völker siehe der herr läßt verkündigen bis ans ende der erde sagt der tochter zion siehe dein heil kommt siehe sein lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat geht vor ihm her und man wird sie und die nicht mehr verlassen wird kapitel 63 wer ist dieser der dort von edom her kommt von botsra mit hochroten kleidern er der prächtig aussieht in seinem gewand stolz auftritt in der fülle seiner kraft ich bin es der ich von gerechtigkeit rede und mächtig bin zum retten warum ist denn dein gewand so rot und deine kleider sehen aus wie die eines kälter treters ich habe die kälter allein getreten und von den völkern war kein mensch mit mir und so habe ich sie zertreten in meinem zorn und zerstampft in meinem grimm daß ihr saft an meine kleider spritzte und ich mein ganzes gewand besudelte denn ich hatte mir einen Tag der rache vorgenommen das jahr meiner erlösten war gekommen und ich sah mich um aber da war kein helfer und ich war verwundert aber niemand unterstützte mich da half mir mein eigener arm und mein grimm der unterstützte mich und so zertrat ich die völker in meinem zorn und machte sie trunken mit meinem grimm und ich ließ ihren Saft zur Erde fließen ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken an die Ruhmestaten des Herrn wie es sich gebührt nach allem was der Herr an uns getan hat und dem vielen guten das er dem Haus Israel erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen da er sprach sie sind ja mein Volk Kinder die nicht untreu sein werden und so wurde er ihr Retter bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt und der Engel seines Angesichts rettete sie in seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie da gedachte sein Volk an die alte Zeit an Mose wo ist der welcher sie aus dem Meer führte mit dem Hirten seiner Herde wo ist er der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab der seinen majestätischen Arm zur rechten Moses einher ziehen ließ der vor ihnen das Wasser zerteilte um sich einen ewigen Namen zu machen der sie durch die Wassertiefen führte wie ein Ross auf der Ebene ohne daß sie strauchelten wie das Vieh das ins Tal hinabsteigt so brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe so hast du dein Volk geführt um dir einen herrlichen Namen zu machen blicke vom Himmel her nieder und sie herab von dem Ort wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt wo ist nun dein Eifer und deine Macht das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück und doch bist du unser Vater denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht du aber o Herr bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her Herr warum willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken daß wir dich nicht fürchten kehre zurück um deiner Nur kurze Zeit hat dein heiliges Volk es in Besitz gehabt unsere Feinde haben dein Heiligtum zertreten wir sind geworden wie solche über die du niemals geherrscht hast über die dein heiliger Name nicht ausgerufen worden ist Kapitel 64 Ach daß du die Himmel zerrissest und herab führest daß die Berge erbebten vor deinem Angesicht wie Feuer reisig entzündet wie Feuer Wasser siedend macht um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern indem du furchtbar eingriffest für uns unerwartet herab führest daß vor deinem Angesicht die Berge erbebten denn von Ewigkeit her hat man nie gehört nie vernommen hat kein Auge es gesehen daß außer dir ein Gott tätig war für die welche auf ihn harren du kommst dem entgegen der sich daran erfreut Gerechtigkeit zu tun denen die auf deinen Wegen an dich gedenken doch siehe du wurdest zornig weil wir Sünde begingen und lange Zeit darin geblieben waren aber möchte uns doch geholfen werden wir sind ja allesamt geworden wie unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind und da war niemand der deinen Namen anrief der sich aufmachte um dich zu ergreifen denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten nun aber bist du Herr unser Vater wir sind der Ton und du bist unser Töpfer wir alle sind siehe doch das in Betracht daß wir alle dein Volk sind deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden Zion ist verwüstet Jerusalem zerstört unser heiliger und herrlicher Tempel in dem unsere Väter dich gelobt haben ist in Flammen aufgegangen und alles was uns teuer war ist verwüstet willst du Herr trotz alledem dich zurückhalten schweigen und uns ganz und gar niederbeugen Kapitel 65 Ich bin gesucht worden von denen die nicht nach mir fragten Ich bin gefunden worden von denen die mich nicht suchten Ich habe gesagt hier bin ich hier bin ich zu einem Volk über dem mein Name nicht ausgerufen war Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg der nicht gut ist Es ist ein Volk das mich beständig ins Angesicht beleidigt in dem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat Dabei können sie noch sagen bleibe für dich rühre mich nicht an denn ich bin heiliger als du solche sind ein Rauch in meiner Nase ein Feuer das den ganzen Tag brennt siehe das ist vor mir aufgeschrieben ich will nicht schweigen sondern vergelten ja ich werde es ihnen in den Gewand Bausch vergelten eure Sünden und die Sünden eurer Väter miteinander spricht der Herr weil sie auf den Bergen geräuchert und mich auf den Höhen verhöhnt haben darum will ich ihnen zuerst ihren verdienten Lohn in ihren Gewand Bausch zumessen so man dann sagt verdirb sie nicht es ist ein Segen in ihr so will auch ich handeln um meiner Knechte willen daß ich nicht das Ganze verderbe und ich werde aus Jakob einen Samen hervorgehen lassen und aus Judah einen Erben meiner Berge meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte werden dort wohnen Saron soll zu einer Schafhürde und das Tal Achor zu einem Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk das mich gesucht hat ihr aber die ihr den Herrn verlasst die ihr meinen heiligen Berg vergesst die ihr dem Glück einen Tisch bereitet und dem Schicksal zu Ehren einen Trank einschenkt über euch will ich als Schicksal das Schwert verhängen daß ihr alle zur Schlachtung hinsinken werdet denn als ich rief da habt ihr nicht ist und habt erwählt was mir nicht gefiel darum so spricht Gott der Herr siehe meine Knechte sollen essen ihr aber sollt hungern siehe meine Knechte sollen trinken ihr aber sollt durstig sein siehe meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen ihr aber werdet beschämt werden siehe meine Knechte sollen vor Freude des Herzens frohlocken ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern und ihr müßt euren Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen denn Gott der Herr wird dich töten seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen so daß wer sich im Land segnen will sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird denn man wird die früheren Nöte vergessen und sie werden vor meinen Augen verborgen sein denn siehe ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde so daß man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das was ich erschaffe denn siehe ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk und es soll kein Klagelaut und kein Wegeschrei mehr darin vernommen werden es soll da nicht mehr Kinder geben die nur ein paar Tage leben noch alte die ihre Jahre nicht erfüllen sondern wer hundertjährig stirbt wird noch als junger Mann gelten und wer nur hundert Jahre alt wird soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen sie werden nicht bauen damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen damit es ein anderer ist denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein und was ihre Hände erarbeitet haben werden meine Auserwählten auch verbrauchen sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen und es wird geschehen ehe sie rufen will ich antworten während sie noch reden will ich sie erhören Wolf und Lamm werden einträchtig werden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren sie werden nicht Schaden noch Verderben Kapitel 66 So spricht der Herr Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen oder wo ist der Ort an dem ich ruhen soll denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden spricht der Herr Ich will aber den ansehen der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort Wer einen Ochsen schächtet ist wie einer der einen Menschen erschlägt Wer ein Schaf opfert ist wie einer der einem Hund das Genick bricht Wer Speisopfer darbringt ist wie einer der Schweine Blut opfert Wer Weihrauch anzündet ist wie einer der einen Götzen verehrt Sie alle erwählen ihre eigenen Wege und ihre Seele hat wohlgefallen an ihren Gräueln Darum Wort Als ich redete wollten sie nicht hören sondern taten was böse ist in meinen Augen und erwählten was mir nicht gefiel Hört das Wort des Herrn ihr die ihr erzittert vor seinem Wort Es höhnen eure Brüder die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen Der Herr möge sich doch verherrlichen damit wir eure Freude sehen können Aber sie werden sich schämen das ist die Stimme des Herrn der seinen Feinden bezahlt was sie verdienen Ehe sie wehen empfand hat sie geboren bevor die Kindesnot sie ankam wurde sie von einem Knaben entbunden Wer hat je so etwas gehört Wer hat etwas derartiges gesehen Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht Ist je ein Volk auf einmal geboren worden Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren Sollte ich bis zum Durchbruch bringen und doch nicht gebären lassen spricht der Herr Sollte ich der ich gebären lasse die Geburt verhindern spricht dein Gott Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie ihr alle die ihr sie liebt frohlockt teilt nun auch ihre Freude mit ihr ihr alle die ihr euch um sie betrübt habt indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit denn so spricht der Herr siehe ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach und ihr sollt gestillt werden man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen wie einen den seine Mutter tröstet so will ich euch trösten ja in Jerusalem sollt ihr getröstet werden und wenn ihr dies seht dann wird euer Herz sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie grünes Gras so wird sich die Hand des Herrn zu erkennen geben an seinen Knechten sein Zorn aber an seinen Feinden denn siehe der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind um seinen Zorn in denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten und die vom Herrn erschlagenen werden eine große Menge sein die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und einer anderen nachlaufen inmitten derer welche Schweinefleisch Mäuse und andere Gräuel essen alle zusammen sollen sie weggerafft werden spricht der Herr ich aber kenne ihre Werke und Pläne es kommt die Zeit alle Nationen und meine Herrlichkeit sehen und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte gerettete entsenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis Pool und Lud die den Bogen spannen nach Tubal und Jawan nach den fernen Inseln die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen und sie werden alle eure Brüder aus allen Heidenvölkern dem Herrn als Opfergabe herbeibringen auf Pferden und auf Wagen und in Sänften auf Maultieren und Tromedaren zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem spricht der Herr gleich wie die Kinder Israels das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen und ich werde auch von ihnen welche als Priester und Leviten nehmen spricht der Herr denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde die ich mache vor meinem Angesicht bleiben werden spricht der Herr so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben und es wird geschehen daß an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird um vor mir anzubeten spricht der Herr und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen die von mir abgefallen sind denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch Deine Hü Deine Gewehr Deine 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 Die Deine Vielen Dank.